Und wir fangen vorne an. Also klar ist erstmal, wenn wir Geld brauchen, in der Regel gehen wir zum Bankautomaten, sofern das Konto gedeckt ist und da was drauf ist, holen uns da Geld. Wenn wir ein bisschen größer investieren wollen, dann zum Beispiel für eine Wohnung, ein Haus, wie auch immer, gehen wir zur Bank. Die gibt uns einen Kredit. Aber vielleicht noch einen Schritt weiter. Andrea, woher nehmen denn die Banken das Geld? Also Banken haben das Privileg, Geld schöpfen zu können. Das heißt, sie können einfach, indem sie eine Summe auf einem Bankkonto gutschreiben, die Geldmenge erhöhen und darüber Geld schöpfen. Das heißt, Banken brauchen jetzt nicht erstmal irgendwoher Geld zu bekommen, um eben den Kredit, von dem du gerade gesprochen hast, zu schöpfen. Das heißt, welches Geld ist das da, was die Banken verleihen? Ist das neu geschöpftes einfach, was es vorher nicht gab? Genau, das ist neu geschöpftes Geld, das es vorher nicht gab. Allerdings möchte ich dazu sagen, damit es kein Missverständnis gibt, das bedeutet nicht, dass Banken deswegen gar keine Einlagen brauchen. Weil sie müssen ja trotzdem ihre Bilanzen managen. Aber sie verleihen nicht Geld, das irgendwoher kommt, weiter an jemand anderen, sondern sie schöpfen Geld selbst. Weil das war doch so ein bisschen mein Gedanke. Also wie gesagt, bevor ich mich mit der Sendung beschäftigt hatte, okay, ich bringe meine Ersparnisse zur Bank, bestenfalls erwirtschaften sie auch noch Geld. Dann gibt es irgendwo noch eine EZB, die da wohl auch noch mitspielt. Aber Maurice, warum gibt es denn noch diese Vorstellung, die Bank braucht meine Ersparnisse, um ihre Arbeit leisten zu können? Ja, ich glaube erstmal, weil es irgendwie intuitiv klingt. Also Oma Erna spart, bringt ihr Geld zur Bank, da gibt es einen großen Spartopf, da wird das dann irgendwie gesammelt. Und dann gibt es Bäcker Lutze, der will investieren. Dann geht er zur Bank und dann guckt die Bank in den Spartopf. Alles klar, ist was drin, hier hast du das Geld. Oh, das ist, also für ein Mickey-Maus-Heft würde das reichen, aber für ein Verständnis von unserem Geldsystem eben nicht. Leider ist es so, dass auch verschiedene Bücher, die wir zum Beispiel in den Universitäten noch haben und verschiedene Vorlesungen, die wir in den Universitäten haben, leider noch auf diesem Mickey-Maus-Niveau sind. Also wer zum Beispiel BWL studiert oder Erstsemester VWL, die kriegen sehr häufig das noch beigebracht, dass Banken so funktionieren. Und deswegen trägt sich das so weiter, dieses scheinbar intuitive Verständnis. Nur die Intuition führt uns da in die Irre. Okay, aber dann nochmal zusammengefasst. Also der Bankberater, bei dem ich einen Kredit haben möchte, der drückt auf einen Knopf oder gibt irgendwas in eine Tabelle ein. Und dadurch entsteht Geld dann bei mir auf dem Konto. Anja, könnten wir denn nicht damit unendlich viel Geld schöpfen? Weil hätte ich das vorher gewusst, hätte ich schon gefragt, ob er es ein paar Mal mehr macht bei mir vielleicht. Ja, theoretisch kann man schon unendlich viel Geld schöpfen. Also die Geldmenge oder dieses Privileg, das Andrea angesprochen hat, ist nicht begrenzt, dass die Zentralbanken an die Geschäftsbanken geben. Man muss wissen, es gibt zwei verschiedene Arten von Geld. Es gibt Bargeld, das die Zentralbanken ausgeben. Das sind die Scheine, die Münzen, die wir kennen. Und es gibt Buchgeld, das als Kredit verliehen wird etc. Und da haben eben die Banken das Privileg, dieses Geld schöpfen zu dürfen. Letztendlich ist Geld immer nur eines. Es ist eine Basis von Vertrauen, eine Vertrauensvereinbarung würde ich das mal nennen. Früher gab es Geld, das hinterlegt war mit einem Goldstandard oder mit vermögenswertem Gold, war das bekannteste, was man so kennt und was Sie vielleicht auch alle kennen. Heute ist es eben so, dass durch verschiedene Krisen hinweg und durch diese Geldschöpfung und dieses System, das immer weiter auch durch Krisen dann wieder stabilisiert wurde, diese Geldmenge sehr, sehr groß geworden ist und das natürlich zur Folge hat, dass gewisse Kreditzyklen immer neue Krisen evozieren und hervorrufen. Und die Basis von all dem, von dieser Geldschöpfung ist der Zins. Unser Geldsystem basiert auf dem Zins und jeder hat Zugang zu diesem Geld, Bargeld, Buchgeld, Kredit und insofern ist es natürlich auch die Basis von Vermögensbildung zum Beispiel und die Basis von Wohlstand etc. Letztendlich ist es eine Vertrauensvereinbarung, weil wenn man das Papiergeld so nimmt, dass wir sehen, am Ende ist es nur Papier. Ob das jetzt virtuell ist, im virtuellen Raum als Buchgeld oder ob wir es so sehen, letztendlich steht immer Vertrauen dahinter oder eben auch nicht. Genau, wir haben euch im Chat abstimmen lassen, was ihr schätzt, wie groß ist die Geldmenge, die im Euro-Raum gerade so im Umlauf ist und die Mehrheit von euch hat sich für die Antwort 30,8 Billionen Euro entschieden. Und Anja, kannst du das auflösen, ist das richtig und sag mal, wie viele Nullen sind das eigentlich? Ja, das wären 30.000 Milliarden, eine Milliarde hat sechs Nullen und dann nochmal drei drauf, wenn ich das jetzt richtig sehe. Unabhängig davon ist es ein bisschen hoch geschätzt, also die Geldmenge derzeit im Euro-Raum liegt bei 15,9 Billionen, also 15.900 Milliarden. Man muss dazu sagen, seit der Finanzkrise hat sich die Geldmenge in etwa verdoppelt. Und Geldmenge muss man wissen, Geldmenge ist der Geldbestand, der quasi in einer Gesellschaft unterwegs ist, würde ich das mal so nennen, den es insgesamt gibt. Dazu gehört Bargeld, dazu gehören Wertpapiere, dazu gehören Schulden, Kredite und zwar all dieses Geld, das bei Nichtbanken ist. Das heißt, das bei Privatleuten ist, bei uns allen hier oder bei Unternehmen, das ist das, was die Geldmenge definiert. Dann gibt es da nochmal Untergruppen, die auch mit Laufzeiten von Papieren etc. zu tun haben. Tut nichts zur Sache jetzt, ist vielleicht schon zu tiefgehend, aber letztendlich ist der Geldbestand eines Währungsraums in einer Gesellschaft. Das ist aktuell bei knapp 16 Billionen Euro, wie gesagt, hat sich verdoppelt seit der Finanzkrise, seit man entschieden hat, in der Finanzkrise ein System, das eigentlich kollabiert war, quasi neu aufzustellen und zu retten. Denn das war eigentlich Tilt in dem Moment, 2008, 2009 und der Fall war der Kollaps der Lehman Bank in Amerika, gab es viele Entwicklungen vorher mit Immobilien, Blasen etc. Aber das war der Punkt, wo ein System vor dem Kollaps stand, da hätte man sagen können, wir machen ein neues Geldsystem. Haben wir aber nicht, sondern das bestehende System wurde stabilisiert durch Zentralbanken, durch die Ausweitung der Geldmenge, durch das Senken von Zinsen, in der Folge dann Wertpapiere, die aufgekauft wurden von der Zentralbank, die quasi der Gläubiger der letzten Instanz ist, weil sie ja quasi das Privileg hat, alles zu erlauben. Und dann wurde dieses bestehende System in eine neue Phase übergeleitet, die Banken wurden fusioniert, sie wurden größer und so weiter. Wir kommen da gleich dazu. Nur was ich sagen will, das ist der wichtige Punkt, Simon. Da hätte man ein neues Geldsystem etablieren können. Okay, weil wir haben es nämlich gehört, es ist nämlich interessant, was du gesagt hast, die Geldmenge hat sich verdoppelt. Wir reden von 15,9 Billionen, also 15.900 Milliarden. Das ist absurd, wie viel Geld das ist. Und die Geldmenge hat sich jetzt verdoppelt seit der Finanzkrise. Andrea, inwieweit ist denn diese große Geldmenge, die wir jetzt haben, im Umlauf haben, ein Problem oder vielleicht sogar eine Chance? Na ja, also ich glaube, man muss so ein bisschen unterscheiden, sozusagen, dass das jetzt nicht alles die gleiche Geldform ist. Also Anja hatte ja schon gesagt, wir müssen unterscheiden zwischen Bargeld, dass das Geld der Zentralbank ist, also von einer öffentlichen Institution und dann unterschiedlichen Formen von Geld, Kreditgeld, Buchgeld, wie das von Banken mit einem einfachen Kredit geschöpft wird und dann gibt es natürlich sehr viele andere Geldformen. Anja hat Anleihen genannt, natürlich gibt es Derivate und so weiter, also wo diese Geldformen komplizierter werden und auch, also man spricht von so einer Hierarchie des Geldes, wo man sagt, also das Bargeld, das ist souveränes Geld, dahinter steht eigentlich die Autorität des Staates. Und dann gibt es eben diese privaten Geldformen, die von den Banken geschöpft werden und warum das funktioniert, ist, weil wir das eine in das andere umtauschen können, eins zu eins, sozusagen. Und deswegen kann man nicht aus meiner Perspektive sagen, dass per se eine große Geldmenge ein Problem ist, sondern die Frage ist natürlich, wo in der Hierarchie ist das viele Geld und was macht man mit diesem Geld? Also ist es eine Form von, also verwendet man das Geld, um produktiv zu sein, um in der Gesellschaft das zu gestalten, was man gerne möchte? Oder ist es eben dann doch sehr viel Geldformen, die rein spekulativen Zwecken dienen, die dann gesellschaftlich betrachtet nicht so viel Mehrwert schaffen? Und ich würde auch sagen, also die Geldmenge an sich, das ist eine völlig überhöhte Diskussion, jetzt auch zu sagen, die hat sich verdoppelt. Daraus folgt erstmal nicht viel, denn wenn man sich auch genau anguckt, warum hat die sich verdoppelt? Weil zum Beispiel die Zentralbanken hingegangen sind und den Banken ganz viele Staatsanleihen abgekauft haben. Also waren diese großen Anleihekaufprogramme, die in der Krise aufgesetzt wurden, jetzt zuletzt auch während Corona. Die Bank, wenn man das mal durchdenkt, gibt also eine Staatsanleihe ab und bekommt dafür Guthaben bei der Zentralbank. Sie ist also ein Aktivtausch, sie hat ein Wertpapier, Anleihe gegen ein anderes Wertpapier, Barguthaben, wenn man so will, bei der Zentralbank getauscht. Sie ist nicht reicher geworden, weil wir bei Anleihen dann zum Beispiel nicht zu dieser Geldmenge zählen, sieht das jetzt aus, als wäre die da irgendwie krass durch die Decke geschossen und ich glaube, da steckt viel weniger dahinter. Die wichtige Frage ist, wenn wir über unser Geldsystem reden, wer hat Zugang zu Krediten, unter welchen Bedingungen, wer nicht und wofür wird das Geld ausgegeben? Wenn Bäcker Lutze damit seine Bäckerei größer macht, ist das gut für uns alle. Wenn am Ende das bei Spekulanten landet und die wetten damit, weil in Russland und Ukraine Krieg geführt wird, auf den Weizenpreis, dass der steigt, dann ist das schlecht. Das ist, glaube ich, die produktive Diskussion und nicht, wie groß ist dieser Haufen? Okay, dann kurz zusammengefasst. Also für mich nochmal auch und vielleicht für euch da draußen, Geld kann aus dem Nichts kommen, wenn Banken das quasi erschaffen, auf den Knopf drücken, wie wir es am Anfang gehört haben, quasi einen Kredit geben. Es braucht keine Ersparnisse für neue Kredite. Banken verteilen auch das Geld und wir haben jetzt gehört, es gibt auch schon wahnsinnig viel davon in verschiedenen Finanzprodukten aufgesplittet. Maurice, wir haben jetzt gehört, wie Banken quasi zu Geld kommen, beziehungsweise dass sie das Privileg haben, Geld zu schöpfen. Wie sieht es denn mit unserem Staat aus? Oh ja, da gibt es auch ganz viele Mythen und falsche Vorstellungen davon. Es gibt ja diese Schuldenuhr, sie dürfen keine Schulden mehr machen. Ja, genau. Und Schulden sind generell ganz schlecht, ganz böse. Woher nimmt Deutschland denn das Geld? Ja, ist eine spannende Frage. Wir haben jetzt während Corona ganz viele Schulden gemacht, jetzt gerade 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr. Die Logik ist so. Also Christian Lindner, unser Finanzminister, hat ein Konto bei der Bundesbank. Das ist die Deutsche Zentralbank, wenn man so will. Man könnte auch vereinfacht sagen, bei der Europäischen Zentralbank, die wir eben gesehen haben im Einspieler. Auf jeden Fall bei der Zentralbank. Und dieses Konto darf er nicht länger als einen Tag überziehen. Also wir kennen das alle, wir gehen mal selber in Dispo, Monatsende, wenn man doch noch irgendwie gerade Instagram ein Code gesehen hat für ein paar tolle Schuhe oder was. Und dann will man den doch noch nutzen. Und so kann Christian Lindner das auch machen. Nur am nächsten Tag muss er das Konto wieder glatt ziehen. Dafür kann er Staatsanleihen verkaufen. Staatsanleihen ist ein Wertpapier, was er quasi aus dem Nichts erstellt. Sagen wir mal 100 Euro Anleihe. Da verspricht er einfach, hey, wer diese Anleihe hält, kriegt jedes Jahr so und so viel Zins. Und nach, sagen wir mal 30 Jahren, gibt es den Wert, der da draufsteht, 100 Euro zurück im Wertpapier. Und das verkauft er an Geschäftsbanken. Jetzt ein wichtiges Detail, nur an Geschäftsbanken. Wir selber können Christian Lindner keine dieser Staatsanleihen direkt abkaufen. Und zweites wichtiges Detail, die Geschäftsbanken, die diese Anleihen kaufen, funktioniert wie in einer Ebay-Auktion. Die bezahlen mit Guthaben von der Zentralbank. Also die überweisen Christian Lindner quasi von ihrem eigenen Zentralbankguthaben an das Konto, was Lindner bei der Bundesbank hat. Und wenn Lindner das dann wieder ausgibt, dann rieselt das quasi zu uns runter und dann entstehen auch neue Bankguthaben. Bedeutet, ganz platt gesagt, vereinfacht, so wie eine Bank Geld aus dem Nichts erzeugt, kann auch eine Zentralbank Geld aus dem Nichts erzeugen. Und wenn Christian Lindner Schulden macht, dann fließt sozusagen netto neues Geld in die Wirtschaft, neue Ersparnisse für uns. Und die Schuldenuhr, da steht 2,6 Billionen oder so drauf, Schulden. Das sind 2,6 Billionen Euro, die eins zu eins so als Ersparnisse in der Privatwirtschaft existieren. Denn die Schulden des Staates sind die Vermögen der Privatwirtschaft. Jetzt kann mal jemand überlegen, okay, was bedeutet das pro Person, müssen ungefähr 30.000 oder so sein. Hat natürlich nicht jeder mal eben so locker 30.000 auf dem Konto, das heißt, die sind ungerecht verteilt. Aber aus dem Blickwinkel sind Schulden vielleicht gar nicht so schlimm, wenn man versteht, wenn der Staat mit uns neues Geld. Neues Geld. Jetzt hast du auch gesagt, dass der Staat oder Christian Lindner-Meldinger Staatsanleihen einfach so verkaufen kann. Kann er das unendlich lange machen und endlich oft? Theoretisch kann er so viele Staatsanleihen erzeugen und verkaufen, wie es Banken gibt, die diese Anleihen abkaufen. Aber wenn zum Beispiel jetzt Krise war während Corona, die Zentralbank hat gesagt, liebe Banken, ich weiß, es ist Krise, selbst Griechenland, 180% Staatsschulden, oh Gott. Aber kauft ruhig auch die griechischen Anleihen, denn im Zweifel könnt ihr die bei mir, bei der Zentralbank abladen. Ich kann ja so viele Euro erzeugen, wie ich will. Ich kaufe euch die Anleihen quasi immer ab und deswegen ist es für die Banken ein gutes Geschäftsmodell. Also auch in der Corona-Krise griechische Anleihen zu kaufen, die haben sogar nur eine Rendite von 1% gehabt, also relativ geringer Zins. Jetzt nicht so, dass das mega riskant gewesen wäre. Und ja, wenn die Zentralbank grünes Licht gibt, dann kann der Staat so viel Geld ausgeben, wie er will. Wenn da nicht sowas wäre wie die Schuldenbremse oder viele Hürden in unseren Köpfen und Finanzminister, die ein falsches Verständnis vom Geldsystem haben. Aber wenn da ein politischer Wille ist, dann ist da auch ein Weg und ich glaube, die 100 Milliarden für die Bundeswehr oder dieser Doppelwumms, 200 Milliarden, die sind ein ganz gutes Beispiel. Ich würde gerne da mal kurz einhaken und noch zwei Punkte machen wollen. Das eine ist, weil wir jetzt so in diese Sprache verfallen sind von das Geld kommt aus dem Nichts und die Staatsanleihen kommen aus dem Nichts. Und das ist eine sehr grobe Verkürzung. Die kommen vielleicht materiell sozusagen, steht da nicht mehr irgendwas dahinter, wie Anja schon gesagt hat. Aber dahinter steht ja eine Institution. Also dahinter steht, dass wir über lange Zeit eine Praxis entwickelt haben, die zum Teil auf Vertrauen beruht, zu großem Teil aber auch schlicht und ergreifend auf der Ausübung von Macht und Gewalt. Also dass der Staat in der Lage ist, zu sagen, nur dieses eine Zahlungsmittel auf meinem Territorium und mit was anderem könnt ihr nicht zahlen, dass sich das durchgesetzt hat, war jetzt nicht nur auf Vertrauensbasis. Newton, der in England die Münze betrieben hat, hat zum Beispiel durchgesetzt, dass wenn man das britische Pfund gefälscht hat, dass man dann so eine Brandmarkung auf die Stirn bekommen hat. Also es ist nicht alles immer nur Vertrauen, sondern es ist eben auch die Gewalt des Staates, das Gewaltmonopol des Staates, das sich über lange Zeit institutionalisiert hat und es dann möglich gemacht hat, dass das Geldsystem auf die Art und Weise funktioniert. Und das Zweite, was die Staatsschulden angeht, ist natürlich auch, dass der Staat hat ja nicht nur Geld, weil er Schulden macht, sondern ja auch, weil er das Steuerprivileg hat und Steuern einnehmen kann. Und dass man eigentlich eher von so einem Art Zyklus sozusagen sprechen muss, dass wenn der Staat Schulden macht und damit neues Geld, und dieses Geld ist dann bei uns Privaten in irgendeiner Form da, dann bedeutet das ja, dass der Staat ein Versprechen uns gibt, dass er zurückbezahlt. Und dieses Versprechen müssen wir irgendwie glauben, weil sonst würden die Geschäftsbanken oder dann im zweiten Schritt wir diese Schulden nicht halten wollen. Und das bedeutet, dass man eigentlich von einer sozialen Beziehung ausgehen muss, Geld als Kredit, als Beziehung zwischen Gläubiger und Schuldner, und dass das natürlich dann auch immer eine Machtbeziehung ist, die ist ja nicht unbedingt auf Augenhöhe. Und dass also, wenn wir sagen, Geld kommt aus dem Nichts, oder Christian Lindner kann theoretisch so viel Geld schöpfen, wie er will, durch diese Art und Weise, ist das richtig. Aber es ist eben nur theoretisch, denn in der Praxis bedeutet das, es muss diese funktionierenden Institutionen in einem Staat geben. Deswegen funktioniert ja Geld auch nicht in jedem Land und nicht in jeder politischen Gemeinschaft. Wir haben richtig viele Fragen aus der Community. Ich würde gerne ein paar reingeben. Es ist super, dass ihr sozusagen jetzt schon so total am Miteinander seid. Stefan, ich habe eine Frage an dich aus der Community, die lautet, muss ich mir denn aktuell sorgen, um den aktuellen Wert des Geldes und des Euros machen? Also ich glaube, die kurze Antwort ist nein. Das hat da mit der Angst zu tun, dass einfach zu viel Geld im Umlauf ist und dass der Wert des Geldes verfällt. Aber ich glaube, wir sind nicht in Momenten, in denen man sich darüber Angst machen muss, zumindest nicht, wenn man im Euro-Raum oder in Nordamerika wohnt. Aber um das nur mal kurz zu der Anfangsdebatte drüber zu bringen, und ich glaube, es fehlt uns noch so ein zweiter Aha-Moment. Also nach dem ersten Aha-Effekt, dass es Privatbanken sind, die das Geld schaffen, aus dem Nichts, mit Einschränkungen, aber dennoch auf eine sehr überraschende Art und Weise, ist eigentlich der zweite Aha-Moment, dass diese Banken gleichzeitig viel enger mit dem Staat verknüpft sind, als wenn das so ansonsten vielleicht wahrnimmt. Also Banken sind eben keine privaten Unternehmen, die operieren nach einem Profitmotiv, sind aber vielmehr Institutionen in so einem hybriden, öffentlich-privaten System. Also komplett unterschiedlich, anders als alle anderen Unternehmen. Um dieses Geldsystem zu verstehen, muss man diese beiden Aha-Momente eigentlich zusammenbringen. Sowohl die Realisierung, dass es Privatbanken sind, die einen Großteil unseres Geldes schaffen, sowohl gerade dieses Buchgeld und gleichzeitig, dass diese Banken eigentlich als Akteure agieren, die erst durch den Staat in diese Lage versetzt wurden, Geld zu schaffen. Also durch ganz viele sehr konkrete technische Maßnahmen, die halt die Banken mit Liquidität versorgen und in eine privilegierte Position trügen. Also nicht jeder darf als Bank operieren. Es ist also ein hoch, gut gehütetes Privileg, Zugang zu den Zentralbanken zu haben. Und die interessanten politischen Fragen, die Andrea auch aufgeworfen hat, zu dem Verhältnis zwischen Vertrauen und Gewalt, die befinden sich alle in diesem interessanten hybriden Spielraum, genau zwischen diesen zwei Abhängigkeitsverhältnissen, in einem hybriden Geldsystem, das sowohl privat als auch öffentlich ist, gleichzeitig. Vielleicht nochmal zum Euro. Wahrscheinlich war der Euro noch nie so stark, wie er gerade ist. Ich meine es nicht nur finanziell, was den Wechselkurs angeht, sondern politisch. Wir sehen ja, dass immer mehr Länder dem Euro beitreten wollen. Zuletzt war es Kroatien. Wir haben gestern, beziehungsweise auch heute noch den Wahlausgang in Polen, der proeuropäisch ist. Und es gibt einen guten Grund dafür. Die Welt ist aus den Fugen. Wir haben Krieg. Wir haben Krieg in Europa. Wir haben Krieg jetzt in Nahost. Und wir haben ein Negativbeispiel gesehen, mitten in Europa. Das war der Brexit, was nichts anderes war wie eine Renationalisierung. Der Brexit hat stattgefunden, nicht mit einer Währung Euro, sondern mit einem britischen Pfund. Und jeder erlebt und jeder weiß, was in Großbritannien passiert ist, wie viel Wertverlust es da gibt, wie viel Wirtschaftskraft verloren geht, wie sehr die Briten bemühen sich jetzt wieder an, die EU anzudocken etc. Das heißt, der Euroraum war wahrscheinlich als Verbund noch nie so stark. Und da muss ich aber auch immer wieder, weil wir so heterogen sind und so vielfältig, positiv gesagt, neu finden. Aber politisch und faktisch war der Euro wahrscheinlich noch nie so stark wie jetzt. Das ist doch schon mal eine gute Nachricht an alle, die sich gerade Sorgen machen. Wir haben viele Fragen. Es ist ein sehr komplexes Thema und einige fragen einfach so, wenn ich mich jetzt erstmal basic-mäßig irgendwie erkundigen möchte. Andrea, hast du vielleicht Tipps, wo man das kann? Wo kann ich mich irgendwie an Maurice grinst und lacht? Vielleicht habt ihr auch beide eine Idee. Was habe ich für Möglichkeiten, um mich selbst aufzuklären? Also ich finde, die Geldschöpfung ist eigentlich total gut erklärt von der Bank of England. Die hat dazu eine Publikation, die man auf der Webseite der Bank of England finden kann. Die Bundesbank hat nicht eine ganz so tolle, die ist aber dafür dann auf Deutsch. Da ist es ein bisschen in den Fußnoten versteckt, also da muss man ein bisschen genauer gucken. Ich glaube, es ist aus dem April 2013, wenn ich mich richtig erinnere, wo einfach mal ganz grundlegend erklärt wird, wie diese Geldschöpfung funktioniert. Und dann kann man natürlich weitergehend unterschiedliche wissenschaftliche Publikationen lesen. Das, wovon ich jetzt auch so gesprochen hatte, über die sozialen Institutionen, die dahinter stecken und diesen Kreislauf von Schuld und Steuer und Geldschöpfung. Das ist Jeffrey Ingham, das ist ein britischer Soziologe, der, finde ich, recht zugänglich dazu geschrieben hat. Das ist das, was ich meinen Studierenden immer gebe. In meinem eigenen Buch habe ich ein Kapitel zur Geldschöpfung, das heißt Offshore Finance in State Power. Aber ja, Maurice mag vielleicht selber in unserer Videobeschreibung auch nochmal die 42er-Folge verlinkt, auch nochmal für die sozusagen, die sich auch nochmal darüber informieren möchten. Ah, und es gibt bei der Bundeszentrale für politische Bildung noch das Buch von Aaron Saar, das ist dann auch wirklich auf Deutsch, Kapitalismus auf Knopfdruck oder so heißt das, glaube ich, wo auch nochmal die Geldschöpfung sehr zugänglich beschrieben wird. Sehr gut. Andrea, These. Unser Geldsystem funktioniert besser, wenn wir nicht wissen, wie es funktioniert. Da ist auf jeden Fall was dran, würde ich sagen, in dem Sinne, dass wenn wir das für etwas Selbstverständliches nehmen, dann natürlich diese Regeln und, also diese Institutionen, diese Regeln und sozialen Praxen, die wir geschaffen haben, nicht ständig hinterfragen und das dann ganz gut laufen kann. Der große Nachteil daran ist, dass wir uns dann auch nicht überlegen können, wie wir unser Geldsystem haben wollen. Weil wenn man einmal aus diesem Bild raus ist, Geld ist irgendwie so was, fast wie was Natürliches, weil ja diese nicht so korrekte Vorstellung, von der wir ganz am Anfang gesprochen haben, die Bank hat ja irgendwie das Geld und leitet das dann weiter, aber irgendwo, wo kommt es denn ursprünglich mal her? Ja, das ist ja die Frage, wird ja in dieser Theorie gar nicht beantwortet. Und dann wird es so naturalisiert und dann denkt man irgendwie, man kann das gar nicht gestalten. Und wenn man aber darüber nachdenkt, dass das eigentlich eine soziale Institution ist, dass sie sich über Praxis und über Geschichte entwickelt hat, dann eröffnen sich auch Spielräume zu sagen, wie sollte denn unser Geldsystem sein? Und das vergibt man sich, wenn man nicht weiß, wie es funktioniert. Also wir müssen die Sendung hier nicht abrechnen an dieser Stelle, ja? Nee. Ich würde noch hinzufügen, dass es ein Dienst für die Demokratie ist, wenn die Leute wüssten, wie das Geldsystem funktioniert. Denn heute ist es ja so, wir haben Politiker, die erklären uns, Geld ist knapp, Geld ist knapp, es muss erst erwirtschaftet werden, bevor es verteilt werden kann, solche Floskeln. Und die Leute sehen, die Infrastruktur bröckelt, die Bahn funktioniert nicht. Heute hat sie mal funktioniert, normalerweise funktioniert sie nicht. Ja, das ist, weil wir zu wenig Geld in der Vergangenheit ausgegeben haben. Gut, aber das hat nichts mit dem Geldsystem zu tun, ne? Nein, nein, aber das Geldsystem kann das leisten, aber wir nutzen das Potenzial des bestehenden Geldsystems nicht. Und deswegen lassen die Leute sich natürlich verkaufen, dass viel weniger Geld zur Verfügung steht, für eigentlich sehr sinnvolle Sachen, die wir angehen müssten. Ja, wobei unser Geldsystem hat auch sehr viel Innovation geschaffen, sehr viel Wohlstand in den letzten 30, 40, 50 Jahren, Phasen von Globalisierung, wo es in den weitesten Teilen der Länder auf der Welt besser gegangen ist. Unser Geldsystem ist genial. Und jetzt haben wir so eine Art Zäsur, was aber viel mehr damit zu tun hat, dass der Klimawandel seinen Preis kostet, dass wir weg müssen von einer kohlendioxidhaltigen Wirtschaft, weil der Planet das nicht mehr erträgt, bei fast acht Milliarden Menschen etc. Und auf einmal merkt man, diese Globalisierung kommt am Ende, weil auch Kriege auf einmal herrschen etc. Das alles immer gleich mit dem Geldsystem zu verquicken, ist natürlich extrem gefährlich. Aber warum es die Menschen umtreibt, warum es auch gerade junge Menschen umtreibt, ist die Sache, dass man das Gefühl hat, die Gerechtigkeit hat gelitten, die Verteilungsgerechtigkeit, wer hat eigentlich wie viel. Und deshalb verknüpft man diese Frage des Geldsystems immer damit, obwohl es sehr viele Vorteile dieses Systems gibt, mit der Frage der Gerechtigkeit. Mit der Gerechtigkeitsfrage. Anja, da kommen wir tatsächlich auch noch zu. Und ganz kurz, aber deswegen ist das mit der Geldmenge schon sehr interessant, weil diese große Geldmenge heißt ja, unheimlich viel Geld ist im Umlauf, das tatsächlich geschöpft, geschaffen, wie auch immer wurde. Das muss irgendwo hin, über Kredite, dann gibt es Spekulationen an den Märkten und, und, und. Wie wird das verteilt? Wie wird das verteilt? Das ist die große Frage. Und deshalb fangen die Menschen sich damit an zu beschäftigen. Und es ist natürlich so, wenn die Geldmenge größer ist, wird mehr Kredit in der Regel ausgegeben oder es entstehen leichter Spekulationsblasen, weil dieses Geld, wie gesagt, irgendwo angelegt wird und, und, und. Auf einmal hat man Immobilienpreissteigerung und, und, und. Ich würde ganz gerne Stefan kurz mit reinnehmen. Und deswegen ist diese Geldmenge natürlich schon interessant, weil man sagen muss, Risiken steigen, die Gefahr nächsterblasen und dass da wieder was platzt, das, was dann zu Verlusten führt, die die Menschen auch spüren werden. Stefan, wir haben jetzt gehört, es ist eigentlich schon nicht verkehrt, wenn wir wissen, quasi wie das Geldsystem funktioniert. Warum ist es wichtig, dass wir alle wissen, wie das Geldsystem funktioniert? Andrea hat es schon ein bisschen angerissen, Maurice auch. Was würdest du sagen? Also erstmal würde ich diese Behauptung, dass Geld am besten funktioniert, wenn man es nicht versteht, ein bisschen historisch datieren. Das ist also aus meiner Sicht eine Vorstellung, die ganz eng mit so dieser Hochphase der Idee des neutralen Geldes, der 1990er, 2000er Jahre verknüpft ist. Unabhängige Zentralbanken, die die Geldpolitik so weit wie möglich von der demokratischen Politik abschocken und im Prinzip die Leute verdummen, also die Idee halt eben keine Aufklärung betreiben, was das Geldwesen angeht. Das war also eigentlich die Vorstellung, die in den Zentralbanken ganz explizit Ende der 90er Jahre existierte. Es gibt ein tolles Zitat von einem deutsch-amerikanischen Ökonom Rudi Dornbusch, der also ganz explizit 2000 gesagt hat, demokratisches Geld ist schlechtes Geld. Also ein Geld, das sich gegenüber demokratischen Debatten öffnet, ist notwendigerweise schlecht. Und ich glaube, ein ganz großer Teil unserer Probleme hat eigentlich mit dieser Phase zu tun, dass wir immer noch von der Aufarbeitung stecken, des Schadens, der dadurch betrieben wurde. Auf der einen Seite politische Aufklärung, wie wir das heute machen, dass man einfach wirklich demokratisch über Geld nachdenkt und debattiert und erst mal das Verständnis weiterführt, aber dann auch Debatten führt, wie das denn aussehen könnte. Und wenn man sich dann die Frage stellt, wie könnte Geld davon profitieren, dann ist es wirklich fundamental, Geld als selber demokratische Institutionen zu verstehen. Nicht einfach nur eine rein ökonomische Institution, wo es um Akkumulation oder einfach nur um das Verkaufen geht, sondern es ist tatsächlich eine Institution, ohne die demokratisches Zusammenleben nicht funktionieren könnte. Also eine komplexe Gesellschaft, gerade eine Gesellschaft, die sich als selbstregierend versteht, verlangt ein Geldsystem, das halt auch auf diesen Fragen gewachsen ist. Wir reden also nicht nur über einfach ein technisches, ökonomisches Problem, sondern eigentlich über eine grundlegende Infrastruktur unseres Zusammenlebens. Interessant. Stefan, würdest du sagen, du hast ein bisschen eingerissen, aber ist das nur in Deutschland so oder ist es weltweit quasi ähnliche Finanzsysteme? Also es ist überhaupt nicht klar, welches unser Geldsystem ist. Also nicht nur in Deutschland der Eurozone, sondern Geldsysteme sind global durch die Globalisierung, aber gerade durch die finanzielle Globalisierung so eng verknüpft, dass wir also vielmehr alle in einem globalen Geldsystem leben, das aber hierarchisch strukturiert ist, also wo also nicht alle Leute Zugang zu allen Geldern haben, sowohl innerhalb von Gesellschaften als auch über Gesellschaften hinausgehend. Aber die Verknüpfungen sind wirklich unglaublich, selbst zwischen irgendwelchen Landesbanken und Spekulationen am Ende der Welt, das ist so ganz, ganz eng verknüpft, was große Herausforderungen stellt für diese politischen Debatten, weil wir es eben nicht mit geschlossenen Systemen zu tun haben, wo wir einfach komplette Kontrolle ausüben können, sondern wir haben notwendigerweise, müssen wir Entscheidungen treffen, die auch durchaus Leute betreffen, die gar nicht bei uns wählen. Und andersherum sind zum Beispiel Bürger in der Eurozone ganz, ganz stark durch Entscheidungen der amerikanischen Notenbank betroffen, über die sie selber keine Kontrolle ausüben können. Das ist, man ist dann ganz schnell in wirklich tiefgehenden Debatten zu Globalisierung und Demokratie, die also über technische Geldreformen weit hinausgehen. Sehr interessant. Jetzt hast du, Maurice, wolltest du noch kurz sagen? Also ganz einfach interpretiert die Frage, ist es natürlich schon so, dass also eine russische Zentralbank, eine US-amerikanische Zentralbank oder auch Geschäftsbanken in beiden Ländern, genauso wie in der Eurozone, recht ähnlich funktionieren. Trotzdem hat Stefan recht, alles ist mit allem verwoben, aber trotzdem ist es jetzt nicht so, dass in Russland ein ganz anderes Geldsystem wäre, als beispielsweise in Deutschland oder in der EU, wo wir ja bei den ganzen Sanktionen zum Beispiel oft drüber gesprochen haben. Also Rubel, was kann er sich leisten mit Krieg und so weiter, diesem fürchterlichen Krieg. Da hat man einiges über das Geldsystem in Russland gelernt, was hier auch so ist. Also Robert Habeck hat da erklärt, Geld ist nicht knapp. Das ist nicht das Problem. Ja, und das gilt in Deutschland auch. Ich will gerne kurz auf den Punkt eingehen. Vor allem, da war diese, nee, ganz kurz, das ist wichtig, dieses Geldsystem war von Vorteil für die Sanktionen. Die haben nur gegriffen, weil wir im Prinzip dasselbe Geldsystem haben. Und bis heute hat Russland maßgeblich keinen Zugang zu Auslandskonten und Zentralbankgeld, das irgendwo, also insofern war das ein Vorteil, um auch Sanktionen durchführen zu können. Ich habe keine Vorstellung, was... Okay, gut, gut zur Einordnung. Anja, lass mich ganz kurz... Nee, ich muss ganz kurz mal etwas wissenschaftliches sein. Aber Geld, nee, ganz kurz, Geld ist für mich, nee, das muss ich sagen, Geld ist für mich nicht demokratisch oder undemokratisch. Wenn wir in die Richtung gehen, ich weiß, aus welcher Schule das kommt, haben wir echt ein Problem. Okay, demokratisch oder undemokratisch ist Geld per se für mich nicht. War dir nochmal wichtig zu sagen, vielen Dank, sei mir trotzdem nicht böse, wenn ich dich unterbreche, bitte sei so lieb. Ja, nee, nee, das ist ein wichtiger Punkt, weil dann vielleicht kommen wir in der Folge noch zur Diskussion darüber, weil... Sonst sind wir hier ein bisschen geraten durcheinander. Ich würde ganz gerne auf den einen Punkt eingehen, tatsächlich, Maurice, den du gesagt hast, weil das war ein bisschen zwischen euch, dass natürlich auf der einen Seite viel Potenzial im Geldsystem steckt, auf der anderen Seite natürlich auch, was wir noch ausschöpfen müssen. Also es ist schon sehr, sehr großartig, hast du ein bisschen kurzzeitig gesagt, das kam, glaube ich, nicht ganz an. Das ist ein fantastisches System, in dem wir leben, aber das Potenzial ist noch nicht ganz ausgeschöpft. Auf der anderen Seite natürlich, wissen wir alle, du hast es auch angesprochen, es hat natürlich auch Nachteile, haben wir einfach ganz doll gesehen bei der Finanzkrise 2008. Und im Beitrag kann Geld aus dem Nichts entstehen aus der Reihe 42. Die Antwort auf alles wird jetzt auch nochmal ganz kurz aufgegriffen. Und da schauen wir jetzt nochmal ganz kurz rein. Um herauszufinden, wohin wie viel Geld fließt, lohnt ein Blick auf einzelne Geldformen, wie Bargeld, Kredite, Aktien oder Anleihen. Los geht's mit Bargeld. Das dürfen nur die Zentralbanken drucken und... Das ist die kleinste Menge vom im Umlauf befindlichen Geld. In Deutschland ungefähr 7%. Und nach diesem souveränen Geld folgt dann eben in der Pyramide normale Bankenkredite, die die Geldmenge erhöhen oder dann zum Beispiel eine Anleihe, die ein Unternehmen vergeben kann oder auch sogenannte Derivate, die dann kompliziertere Finanzprodukte sind. Und was wir damit sehen, ist, dass einerseits die Geldmenge steigt, also das, was an Geld zum Wirtschaften zur Verfügung steht, wird größer. Das Problem, je weiter oben das Finanzprodukt in der Pyramide ist, desto unsicherer ist es und desto gefährlicher sind die Zahlungsversprechen. Das heißt, mit der Pyramide steigt nicht nur die Menge des Geldes, sondern auch das Risiko von jeder einzelnen Finanzprodukt oder Geldform, die wir haben. Oben sitzt also die riesige Geldmenge, die nicht von Zentralbanken, sondern von Banken mit komplizierten Finanzprodukten produziert wird. Und die kann zur Bedrohung werden, wenn immer mehr von Geschäftsbanken geliehenes Geld im Umlauf ist. Dann bildet sich eine Kredit- oder Finanzblase. Wenn Zahlungsversprechen nicht eingelöst werden, wenn Banken sich verspekulieren oder Kredite nicht zurückgezahlt werden, kann so eine Blase platzen wie ein Ballon. Und es kommt zu einer Finanzkrise. Die Finanzkrise. Stefan, unser System ist zum Teil anfällig, haben wir gesehen. Was haben wir daraus gelernt? Ja, erstaunlich wenig, würde ich sagen. Ich denke, dass es auch einen Moment gab nach der Finanzkrise, wo viele Leute, die sich mit dem System auskannten, bereit waren, recht radikale Schritte zu gehen und wirklich eine fundamentale Neuentwicklung des Finanzsystems anzugehen. Das war vielleicht so 2010, 2011. Und dann wurde das ganz schnell durch die Austerität in der Eurozone ersetzt. Und die Debatte verschwand aus dem Öffentlichen. Ich glaube, es ist ein bisschen seit der Corona-Krise wieder zurückgekommen. Also ein breiteres Verständnis der Fragen, die dahinter stehen. Aber parallel sind eigentlich die politischen Möglichkeiten, diese Debatten realisieren zu können, zwischen verschwunden. Sodass wir in der frustrierenden Situation sind, dass eigentlich inzwischen viele Leute, sowohl innerhalb des Systems als auch Leute, die das System erst seit Neuem neu entdeckt haben für sich, wirklich auf radikale Reformen pochen. Das ist also nicht mehr etwas, was nur aus dem Rand kommt, sondern eine ganze Reihe an ehemaligen Zentralbankern, die halt Bücher geschrieben haben, die darauf bestehen, dass das System so nicht mehr funktionieren kann. Also ein System, in dem zum Beispiel, um das globale Geldsystem anzugehen, die Rolle des Dollars doppelt lastig ist, dass sie halt immer größere Ungleichheiten in der Volkswirtschaft auflöst, ohne dass es eine technische Lösung gibt, die international lösen zu können. Es gibt noch eine ganze Reihe an anderen Vertrauensfragen, die dann auch dadurch entstanden sind. Das hat sich mit zu tun, dass halt die öffentliche Aufklärung über das Geldsystem vernachlässigt wurde, mit der Konsequenz, dass inzwischen eine ganze Reihe an Verschwörungstheorien über Fiat-Geld online zirkulieren, über Digitalwährungen, die durch Zentralbanken neu entworfen werden. Das heißt, wir sind in dieser Lage, dass wir eigentlich die Mittel haben und die Debatte stattfindet, aber gleichzeitig der politische Raum verschwunden ist. Also es gibt weder in Nordamerika noch in der Eurozone, glaube ich, Appetit nach der Inflation, über eine Grundreform des Geldwesens nachzudenken. Und gleichzeitig ist es eigentlich fast, also vielen Leuten finde es offensichtlich, dass das aktuelle System große, große Schwächen hat. Vielen Dank, Stefan. Wir haben eine Wortmeldung aus dem Publikum, die würde ich gerne dran nehmen. Bitteschön. Ja, hallo. So wie ich euch jetzt verstanden habe, funktionieren die Zentralbanken alle ähnlich. Und es gibt Wechselwirkungen aufeinander. Und wie ist das? Es gab vor nicht allzu langer Zeit die Diskussion, dass die BRIC-Staaten eine goldgedeckte Währung einführen wollen. Was würde passieren, wenn die so etwas wirklich machen würden? Oder gäbe es da eine Auswirkung auch auf unser Finanzsystem oder auf unser Geldsystem? Die Frage ist, wie soll man so etwas machen? Ich meine, wir müssen uns jetzt einfach mal realistisch hier ehrlich machen. Wir sind in einem global vernetzten Finanzsystem. Die Finanzströme, die täglich über den Globus gehen, sind unüberschaubar groß. Das heißt, warum Nummer eins, wollen wir einen Wechsel des Geldsystems? Warum? Die Frage müsste man sich klar auch politisch beantworten. Warum? Weil wir die Verteilung als nicht angemessen empfinden? Warum wollen wir ein neues Geldsystem? Wir sind im Moment in Kriegszeiten. Jeder Systemwechsel funktioniert entweder über Revolution oder über Krieg. Das heißt, halten wir das System an? Wie halten wir das weltweit an? Und was führen wir dann eigentlich ein? Und zu welchem Zweck führen wir das eigentlich ein? Wir können mal die Vorteile des jetzigen Geldsystems beschreiben, was wir bisher fast nicht gemacht haben. Im Prinzip, jeder hat Zugang zu Bargeld in aller Regel. Es ist anonym. Es ist ein Wertmaßstab. Es ist ein Wertaufbewahrung. Es ist ein Zahlungsmittel. Fast jeder kann einen Kredit kriegen gegen Sicherheiten, natürlich, was ja auch Sinn macht irgendwo. Mit einem Zins kann ich mein Geld vermehren etc. Ich kann Wohlstand aufbauen. Ich kann Vermögen bilden etc. Das alles hat eigentlich über lange Zeit ganz gut funktioniert. Das heißt, wenn wir uns solche systemumwälzenden Fragen stellen, müssen wir uns eigentlich mal stellen, warum wollen wir das eigentlich machen? Und jeder Systemwechsel und auch in einem virtuell verwobenen Finanzsystem, wie soll das gehen? Wir haben es nicht mal nach Lehman geschafft. Warum auch? Zu viele Akteure, die im jetzigen System Interessen verfolgen. Man hätte Dinge anders machen können, man wollte es aber nicht. Da gibt es Akteure, die Banken, die im Prinzip überhaupt kein Interesse hatten, was zu ändern. Und dann wäre es immer noch praktisch die Frage gewesen, wie hätte man denn was machen sollen? Ist das umsetzbar? Und mit welchen Kosten? Weil Revolutionen und Systemwechsel sind immer Revolutionen. Kosten eine Menge Geld. Und Systemwechsel haben immer Verlierer. Dass man sowas macht, einfach nur so, und man sind Bullerbü, alles hat nur noch Gewinner, wir haben eine schöne neue Welt und eine schöne neue Währung, mitten in diesen Zeiten, sehe ich nicht. Darf ich einen ein bisschen differenzierenden Einwurf dazu machen? Also zuerst mal finde ich es interessant, dass Sie die BRICS-Staaten aufbringen, also Brasilien, Russland, Indien und China, die das auf der internationalen Ebene sozusagen existierende Geldsystem unter der Dominanz des US-Dollars stärker infrage stellen, jetzt vor dem Hintergrund des Krieges und der Sanktionen, wo das US-Dollar-System oder dieses globale Geldsystem, das wir haben, das vom US-Dollar dominiert wird, benutzt haben als Waffe sozusagen, Weaponization, sagt man auch, von diesem Geldsystem, um andere politische Ziele zu erreichen. Und die, die jetzt Gegenstand von diesem Benutzen des Geldsystems sind, sagen, wir wollen das nicht mehr so. Und dann sagt man irgendwie... Indien, eine autokratische Regierung zur Gesellschaft. Was kann man, ich möchte es einfach... Ich werte das gar nicht, sondern ich sage nur, es ist ein Infragestellen des existierenden Systems. Ich sage nicht, dass man auf der Seite ist, sondern ich sage genau das, was ich vorhin gesagt habe, dahinter stehen Institutionen und Institutionen funktionieren, indem man die Regeln als legitim wahrnimmt. Brasilien, Leugnung des Klimawandels, ganz ehrlich, was wird hier verkauft? Wenn man das nicht mehr tut, dann wird dieses System geschwächt. Das ist ganz egal, ob Sie das mögen oder nicht, sondern es ist eine Tatsache, die passiert. Also unser Geld, unser globales Geldsystem, jetzt unter einem Druck steht, der früher noch vor dem Krieg nicht gestanden ist. Ich werte das nicht, sondern ich sage, das ist ein Veränderungsprozess, der da stattfindet. André, du musst es bewerten. Wir sind in Zeiten, in denen du alles bewerten musst. Ich kann das gleich noch politisch bewerten, aber ich möchte das erst noch mal, dass es ein Verschädenes gibt. Es ist wichtig, erst etwas zu verstehen und zu erklären. Ich bin hier als Wissenschaftlerin und möchte gerne die Dinge erst mal... Anja, es ist uns allen eingefallen, auch für die Zuschauer. Es ist ein bisschen, glaube ich, wenn alle durcheinander reden. Du kannst gerne danach noch deinen Input geben. Nein, die wissenschaftliche ist so wie, und ich kann mich hier nicht verhalten, geht nicht mehr. Das geht nicht mehr. Ich kann mich zu allen diesen Sachen als Person und als Bürgerin verhalten, damit habe ich gar kein Problem. Ich möchte trotzdem erst mal, dass man bestimmte Dinge versteht. Also ein System, das lange seit Ende des Zweiten Weltkrieges relativ ohne infrage gestellt zu werden funktioniert hat, wird jetzt stärker infrage gestellt denn je. Jetzt ist die Frage, gibt es denn in irgendeiner Form einen alternativen Vorschlag, der funktionsfähig ist. Und da wäre das, wir hinterlegen jetzt unsere Währungen mit Gold, kein sinnvoller Vorschlag. Das hat man historisch gesehen. Das hat eigentlich nicht gut funktioniert. Das ist auch ein Teil, warum es überhaupt zum großen Crash in den 20er und 30er Jahren gekommen ist. Danach, die Bindung des Dollars ans Gold, war eigentlich nie wirklich eine Bindung des Dollars ans Gold, weil jeder wusste, alles Gold ist in den USA. Wenn wir jetzt wirklich wollen, dass die USA das Geld verschifft, dann haben wir ein Problem, weil eben genau nach den Kriegsjahren das ganze Gold in den USA war. Dann ist ja auch der Goldstandard zusammengebrochen. Was damit passieren würde, ist eigentlich nur, dass wir sagen, wir wollen irgendwie diese Geldmenge kontrollieren, indem wir sie an irgendwas anbinden und uns damit die Möglichkeiten nehmen, diese Geldmenge für das zu erweitern, für was wir sie brauchen wollen. Zum Beispiel für den Kampf gegen den Klimawandel ist es sehr gut, dass wir unsere Geldmenge so weit erweitern können, wie wir das wollen, wie wir das als Gesellschaft wollen. Und das ist, was ich jetzt erstmal sagen wollte. Ich finde das wichtig zu verstehen. Das globale System, wie Stefan es beschrieben hat, ist unter Druck. Wie man sich jetzt dazu verhalten möchte als Bürger oder Bürgerin, kann ich jetzt für mich selber auch noch sagen. Ich würde in jedem Fall immer absolut an einem demokratischen System, selbst wenn wir in diesem System nicht ideal den Einfluss haben können, den wir haben wollen, jederzeit bevorzugen vor einem autokratischen System, das vorgibt, irgendwie effizienter zu sein oder sonst irgendwas. Das ist für mich persönlich völlig klar, um diese Klarstellung zu haben. Trotzdem ist es wichtig zu verstehen, hier haben wir jetzt einen Systemwettbewerb, den wir auf die Art und Weise früher nicht hatten. Es bleibt aber natürlich auch weiterhin, dass der Dollar und das dollargeleitete System dominant ist. Und ich würde ganz kurz noch hinzufügen und vielleicht noch ein bisschen vermitteln zwischen euch beiden, dass das gar keine ernsthafte Konkurrenz noch nicht ist. Also Indien hat viele Menschen, aber die Wirtschaftsleistung, die überholen bald Deutschland, Deutschland hat 80 Millionen Menschen, so das zeigt mal die Relation. Pro Kopf ist Indien noch relativ arm. Also Russland und Indien haben gerade riesige Probleme, dass Indien kauft jetzt viel Öl aus Russland und Gas, was zum Beispiel wir vorher gekauft haben, bezahlt in indischer Rupi. Und die Russen, die bekommen die ganzen Rupi und wissen nicht, wohin damit. Das ist ja, was Anja auch meinte. Man muss auch hinterfragen, woher diese Forderung und so weiter kommt. Und was ich auch rausgehört habe, ist auf jeden Fall die Frage nach, also es ist Gerechtigkeitsfrage, die da ist, ist das Geldsystem, in dem ihr Leben steht unter Druck. Die Frage ist natürlich, was ich bei dir rausgehört habe, Anja, ganz kurz, ist natürlich die Frage, muss man dann das ganze System quasi hinterfragen und quasi neu aufhören? Oder ist es nicht eher so, dass man vielleicht innerhalb dieses Systems schaut, wie man irgendwie vielleicht in eine andere Richtung geht, in die man bisher gegangen ist. Das war ja ganz kurz und wir waren bei der Finanzkrise und Stefan hat es quasi gesagt, jetzt die Frage nochmal ganz kurz, weil du hast gesagt, Stefan, dass wir nicht so viel daraus gelernt haben. Und jetzt nochmal an Andrea die Frage, die Banken können also quasi weiterhin so riskant spekulieren, dass es wieder zum Crash kommen könnte. So viel Potenzial dieses System hat, in dem wir sind, nur nochmal vorweggeschoben, aber nur nochmal vom Potenzial her, wäre es theoretisch nochmal genauso möglich? Nein, also das ist, da würde ich glaube ich auch ein bisschen anders bewerten, als Stefan das hat. Also sicherlich haben wir nicht so viel gelernt, wie man das vielleicht als wünschenswert betrachten würde, aber es ist schon so, dass sehr viel reguliert wurde von staatlicher Seite, was Banken machen können, was sie nicht machen können. Das hat unter anderem dazu geführt, das hat der Anja ja auch schon ganz am Anfang mal erwähnt, dass der sogenannte Schattenbankensektor, also die Finanzakteure, die keine Banklizenz haben, aber trotzdem in unterschiedlichen Formen Finanzdienstleistungen anbieten, der ist gewachsen, weil der eben nicht unter Bankenregulierung ist. Aber man hat zum Beispiel auch gesehen, also ein Teil, der oft nicht so in der Öffentlichkeit diskutiert wird, was der Grund für die Finanzkrise war, war eben nicht nur die Frage von Lehman, sondern das waren auch die US-Dollar-Schulden, die die Banken, europäische Banken hatten. Das ist dieses sogenannte Offshore-Finanzsystem, das ist ein sehr spekulativer Teil sozusagen des globalen Finanzsystems und da hat jetzt zum Beispiel über die Zeit seit der Finanzkrise ist ein komplettes Finanzprodukt, ein ganzer Markt, sogenannte Euro-Dollar-Futures, die wegreguliert wurden. Das hat sehr lange gedauert, weil man eben, wenn man nicht über Verwerfungen sozusagen das System verändern will, das sind sehr oft langfristige Verträge und Verbindlichkeiten und das sind komplexe Verträge und so weiter. Deswegen hat man den Banken sehr lange Zeit gegeben, von dem einen System in das jetzt reguliertere System zu kommen. Man hat einen ganzen Zinssatz abgeschafft, den gibt es jetzt so nicht mehr. Also da sind schon Dinge passiert, die passieren oft dann eben mit diesem langen Zeitlauf, sodass man es vielleicht gar nicht mehr so zusammenbringt, aber die zeigen, dass es schon, wenn es einen politischen Wille gibt und in dem Fall hat die Federal Reserve gesagt, das ist mir jetzt hier ein bisschen zu dolle, was da in diesen Märkten passiert, das kommt wieder onshore sozusagen, dass es dann möglich ist. Aber das ist natürlich jetzt vielleicht nicht in dem Ausmaß, wie man sich es wünschen würde, sodass man sagt, man hat ein stabiles Finanzsystem und man hat ein Finanzsystem, wo das Geld, das darin kreiert wird, in produktive Art und Weise in die Wirtschaft zurückgeht und eben nicht in diese rein spekulativ. Jetzt die politische Entscheidung. Maurice, du bist ja auch wissenschaftlicher Mitarbeiter für Finanzpolitik im Bundestag. Warum ist denn die Entscheidung, dass man den Banken so viel Macht gibt? Also warum haben die überhaupt so viel Macht? Also erstmal ist es eine ziemlich gute Entscheidung, dass wir sagen, wenn wir Kredite vergeben, dann geben wir das an private Banken, die eben nicht nach Parteibuch den Kredit vergeben, sondern eben ein Profitmotiv haben und nur profitabel sind, wenn sie gute Kreditnehmer finden. Wenn Becker-Lutz also ein gutes Geschäftsmodell hat, kriegt er den Kredit. Oder wenn jetzt eine Privatperson ein Haus kaufen will, aber keine Sicherheiten, kriegt er den Kredit nicht. Und das ist sehr sinnvoll. Und dass das nicht der Staat macht und nach irgendwelchen Kriterien, sondern dass man sagt, es gibt hier ein Profitmotiv und das haben die privaten Banken und sie sind nur profitabel, wenn sie gute Kreditnehmer finden. Das ist sehr wichtig. So für die wirtschaftliche Entwicklung sehr wichtig. Das hatte Anja eben so ein bisschen angesprochen, dass ja die Geldschöpfung für die wirtschaftliche Dynamik, die wir haben, also ein super Vorteil ist, weil es gibt dann Geld, damit kann der Bäcker einen Ofen kaufen, dann backt er mehr Brötchen, uns allen geht es besser und dann zahlt er den Kredit zurück. Das Geld ist wieder weg, aber die Brötchen sind da, wir sind reicher. Das ist gut. Nur, und das gibt den Banken natürlich per se viel Macht. Die Frage ist, wir haben im Moment so eine Herangehensweise an Bankregulierung, dass man immer dann nachzieht und sagt, okay, aber das dürfen die Banken nicht und das dürfen die nicht. Statt andersrum zu sagen, hey, ist das eigentlich ein langweiliges Geschäftsmodell, was ihr habt? Nur kreditwürdige Kreditnehmer finden. Das ist, was ihr machen dürft, fertig aus. Also andersrum positiv formuliert, dann wäre es sehr einfach, weil wenn man sagt negativ, dann gibt es immer findige Bankmanager und dann gibt es findige Unternehmensberatungen, die dann Lücken finden. Hey, hier ist noch die und die Lücke, da könnt ihr irgendwie mit Leerverkäufen irgendwelche Kumpel-Ex-Dios machen. Das dürfen wir ja nicht. Wie ich gesagt habe, dass wir das nicht dürfen. Genau, genau, genau. Das ist dann immer die Argumentation und da kommt der Staat und da kommt auch Bankaufsicht kommt auch nicht hinterher. Da ist man einfach chancenlos. Deswegen radikal vereinfachen und langweilig machen, das würde helfen. Stefan, gleich habe ich gesehen, wie du gezuckt hast, quasi in Washington. Kurze Nachfrage an Maurice. Wie sehr kann und sollte der Staat denn eingreifen in die Bankenregulierung? Erstmal gibt der Staat ja schon mal die Lizenz, dass es eine Bank gibt. Das heißt, da bin ich sehr bei dem, was Stefan gesagt hat. Also Banken sind quasi öffentlich-private Partnerschaften. Das sind keine klassischen Privatunternehmen wie ein Friseur oder ein Bäcker, sondern sind vom Staat erlaubt, vom Staat reguliert und vom Staat abgesichert, sodass, wenn man zum Beispiel einen Kredit bei der Bank bekommt, danach zum Geldautomaten geht, kriegt man staatliches Geld. Die Bank hat nur in der Excel-Tabelle was eingetippt an Zahlen und am Bankautomaten kommt staatliches Geld raus. Also, dass es dieses Versprechen gibt, da ist ganz viel Staat drin und wenn er will, kann er viel regulieren. Die Frage ist nur, will er? Und da müssen wir natürlich auch über Interessen sprechen und also Finanzinteressen und da wird viel lobbyiert, da sind viele Geschäftsinteressen berührt. Da muss man jetzt kein Verschwörungstheoretiker sein, um festzustellen, da verdienen sehr viele Leute sehr viel Geld damit, dass sie Sachen machen, die nicht jeder versteht und die der Staat nicht schnell genug reguliert bekommt. Einige, du schüttelst es auch mit dem Kopf, ich würde gerne vorher kurz Stefan dran nehmen, weil er hat da auch mit der Hand gezuckt. Ja, ich wollte noch ganz kurz die Punkte erstmal bestätigen, die jetzt gerade aufkamen und erklären, warum ich dennoch skeptisch bin. Und ich glaube, es gibt da drei, für mich drei Quellen der Skepsis. Der erste Punkt ist, dass ich also vollkommen zustande, dass natürlich die Banken viel stärker reguliert sind, aber dass eben das ganze Geld dadurch in die Schattenbanken geflossen ist. Also die nächste Krise wird nicht mehr aus dem Bankensystem kommen, sondern genau aus dem Schattenbanken. Und dadurch sind halt einfach diese Stabilitätsfragen zu eng gefasst, wenn wir uns nur mit den Banken auseinandersetzen. Wir müssen wirklich das ganze Finanzsystem betrachten. Und es ist nicht offensichtlich, dass wir Krisen abgeschafft haben. Dass wir also wirklich mit gutem Gewissen sagen können, dass es keine Finanzkrise mehr geben kann. Das ist, glaube ich, naiv. Der zweite Punkt hat mehr mit der Macht zu tun. Ich glaube, so eine Sache, die wir nicht gelernt haben aus der Finanzkrise ist, wie man das Machtverhältnis zwischen Banken und Staat umgestalten könnte. Das ist also, glaube ich, einfach stabilisiert worden, aber das System selber ist nicht angefasst worden. Und das hat halt durchaus große Folgen, wenn es darum geht, wie kann man Banken zum Beispiel dazu bewegen, Sachen zu machen, die sie ansonsten aus Profitgründen nicht machen würden. Also da gibt es einfach ganz klare Grenzen, weil der Staat weiterhin, gerade Zentralbanken, abhängig sind von Privatbanken, wenn es zum Beispiel darum geht, Zinssätze weiterzuverteilen, also Veränderungen, Zinssätze in die Realwirtschaft hinüberzubringen. Und das führt mich zum dritten Teil, was dann wirklich ganz konkret darum geht, ob die Idee, dass Kredite allein auf Profitbasis vergeben werden, tatsächlich mit unseren gesellschaftlichen Realitäten noch einhergeht. Also ich bin, Maurice, vollkommen zu, dass es wesentlich besser ist, als das Ganze über Parteikanäle zu vermitteln. Aber gleichzeitig haben wir inzwischen das Problem, dass uns bewusst geworden ist, dass halt Unternehmen, die ihre Profite mit natürlichen Ressourcen wie Öl und Gas produzieren, enorm profitabel sind und aus der Sicht der Banken sehr, sehr gute Kunden sind für Kreditwesen. Und gleichzeitig es viele andere Leute gibt, die vielleicht gesellschaftlich wichtige Aktivitäten betreiben, wo aber kein Profit dahinter steht. Also zumindest sollte man darauf reagieren, indem man stärker über öffentliche Kreditmaßnahmen nachdenkt, wie man eben diese Schwächen, die weit im Finanzsystem existieren, angehen kann. Aber das sind alles Sachen, wo wir einfach wirklich nach der Finanzkrise nur das existierende System stabilisiert haben und es nicht geschafft haben, tiefliegendere Debatten über entweder das globale System, über Macht oder über Kreditvergabe zu führen. Wir haben euch auch dazu im Chat mal abstimmen lassen. Was sagt ihr denn? Sollen Banken stärker reguliert werden? 60 Prozent sagen ja. Und ich habe noch eine passende Frage dazu von Ruprecht. Er hofft, dass das Thema digitales Zentralbankgeld heute auch auf den Tisch kommt. Maurice, kannst du uns mal abholen, was hat es mit dem Thema Aufsicht und wie ist da der aktuelle Status? Ich glaube, das verwirrt uns ehrlicherweise jetzt alle nur noch mehr. Die Zentralbank selbst überlegt gerade noch, macht Experimente, was sie eigentlich unter dem digitalen Zentralbankgeld verstehen soll. Die einfachste Variante wäre, wir alle haben nicht nur ein Konto bei einer Geschäftsbank, Sparkasse, ING-DiBa, Raiffeisenbank, was auch immer, sondern wie quasi die Banken oder der Finanzminister selber ein eigenes Konto bei der Zentralbank. Das wäre dann digitales Zentralbankgeld. Für uns alle würde das in der Praxis erstmal nicht viel Unterschied machen. Da gibt es noch so ein paar andere Modelle, da wird es dann technisch ein bisschen komplizierter, wo auch die Zentralbank eine Blockchain bereitstellt. Verwirrt uns alle nur. Will sagen, ich glaube, das Thema wird viel zu heiß gekocht. Und was die EZB-Forscher dran, die FED-Forscher auch dran. Was da am Ende kommt, 26, 27 sind wir wahrscheinlich schlauer. Okay. Ich hätte noch eine Verständnisfrage aus der Community, die dort heiß diskutiert wird und da geht es um den Chameleon-Effekt. Andrea, kannst du uns helfen, um was geht es bei diesem Effekt und was können wir sozusagen, die sich vorher noch nicht... Wie bitte? Der Cantillon-Effekt. Ach, Cantillon-Effekt. Das muss doch jetzt nicht sein, oder? Wir driften hier in Diskussionen ab. Ganz ehrlich, also da kann ich nicht mehr nachbeziehen. Das ist zumindest das, was die Community beschäftigt sozusagen. Ja gut, okay, dann mach das. Wir klangen so viele Themen an, die wirklich diskussionswürdig wären. Das eine ist Dominanz des Dollars. Darüber kann man reden. Da kann man in Washington auch gerne mal nachfragen. Der Dollar war noch nie so dominant wie jetzt. Das stimmt, weil die Finanzindustrie in Amerika noch nie so stark war wie jetzt, weil man hat sie nach der Finanzkrise fusioniert. Die Großbanken sind noch größer geworden und die Kreditkartenfirmen sind groß etc. Es gab übrigens einen Vorstoß einer privatwirtschaftlichen Währung, das war Facebook und Libra, ausgebremst von Zentralbank in Amerika, FED und von den großen Kreditkartenfirmen in Amerika, Visa, Mastercard, das heißt der Finanzlobby in Amerika. Das ist die Dominanz des Dollars. Ob uns da die BRIC-Staaten Russland, Indien, China weiterbringen, ist die andere Frage. Was die Regulierung angeht, was die Regulierung angeht, das ist kein faires Framing zu sagen, dass ich gesagt hätte, dass die uns weiterfragen. Was die Regulierung angeht, was die Regulierung angeht, das ist nicht gut, das ist richtig. Das heißt, wenn eine systemrelevante Bank im Euro-Raum umfallen würde, dass man ein Auffangmechanismus hat, dass nicht die Steuerzahler wieder zur Kasse gebeten werden, sondern erst die Anteilseigner und die Investoren. Nummer vier, Derivate. Die Derivate waren die Hauptgrund für die Finanzkrise. Jetzt braucht man im Prinzip einen Vertragspartner, wo gegenseitig Sicherheiten hinterlegt werden, in einem Clearing-Prozess. Auch hier versucht man, Risikopuffer einzubauen. Das Ganze wird evaluiert und überprüft permanent im Euro-Raum und anderswo. Und bisher hat es nicht zu neuen Krisen geführt. Das ist das, was als Regulierung eingezogen wurde und deutlich verschärft wurde. Das ist super, dass du das sagst, Anja. Und ich glaube, wie gesagt, wir haben die Community gefragt und vielleicht sind einige da noch nicht so tief im Thema drin, wie du es bist, haben vielleicht auch Informationen nicht. Es war ja erstmal nur quasi der Status Quo, der da abgebildet wurde. Übrigens, genau, es wurde nicht gesagt, dass China, Russland oder Indien quasi die Sachen besser machen. Es war ja, wie gesagt, nur die Frage aus dem Publikum, um das einfach auch nochmal richtig zu stellen. Nochmal zurück quasi wirklich in die Community reingefragt, falls es da noch Fragen gibt, weil zu dem Thema Gerechtigkeit, was auch Stefan angesprochen hat und was du auch schon mal angesprochen hast, kommen wir nämlich jetzt gleich. Das habe ich aber nochmal ganz kurz in die Community reingeschaut, ob es da noch Sachen gibt. Dann erklär doch mir diesen Effekt, weil ich kann ihn nicht und ich meine ihn gar nicht. Irgendjemand anderes muss ihn erklären. Ach so, siehst du, dann bin ich gar nicht so. Das ist vor allem, was aus der österreichischen Schule kommt, eine ökonomische Denkschule, was die Bitcoin-Community vor allem extrem interessiert und dahinter steckt die Idee, wer profitiert eigentlich am meisten von der Geldschöpfung und da ist dann die Idee, dass derjenige, der nah an der Geldschöpfung ist, beispielsweise Becker-Lutze, der einen Kredit bekommt, der profitiert davon, weil er dann mehr Geld hat, bei bestehenden Preisen mehr kaufen kann, aber die Idee, wenn es mehr Geld gibt und das falsch, gibt es automatisch mehr Inflation und so das Becker-Lutze, der profitiert, kann mehr ausgeben bei bestehenden Preisen. Also bald er das Geld ausgibt, steigen alle anderen Preise und deswegen sind alle anderen sozusagen dann die Benachteiligten, enteigneten dieser dann entstehenden Inflation. So die Theorie hat mit der Realität nicht viel zu tun, aber besorgt einige Bitcoin. Okay, aber immerhin habe ich jetzt auch was dazugelernt, das freut mich. Ich habe noch ein Thema, es wird dich, Anja, es bringt uns wieder ganz woanders hin, aber so ist unsere Community. Es wird in diesem Chat eben wild auch in viele Richtungen diskutiert und jetzt geht es um eine ganz andere Richtung und zwar, was für Probleme kristallisieren sich durch Offshore-Geldschöpfung für die Eurozone. Andrea, fühlst du dich bei dem Thema angesprochen? Ja, ich muss jetzt erstmal kurz, ich wollte eigentlich gerne noch was zu dem anderen sagen, aber dann gehen wir jetzt einfach mit der Community zum nächsten Thema. Also Offshore-Geldschöpfung bedeutet, dass gebietsfremde Banken Geld schöpfen können einer Fremdwährung. Also das bedeutet konkret, dass zum Beispiel die Deutsche Bank in London einen Kredit in US-Dollar vergeben kann und damit US-Dollar geschöpft hat. Das Gleiche ist auch möglich für den Euro. Es wird sehr, 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 sehr viel weniger gemacht als mit dem US-Dollar. Deswegen ist die am meisten Offshore-geschöpfte Währung der US-Dollar. Das Interessante dabei, um vielleicht auch nochmal diesen Link zur Dollar-Dominanz zu machen, die nicht nur in den einheimischen Begebenheiten verankert ist, sondern eben auch in der Tatsache, dass der US-Dollar von gebietsfremden Banken geschöpft wird. Das wird in sogenannten Offshore-Finanzzentren gemacht. Die City of London ist mit eines der wichtigsten, aber auch die, die man vielleicht so ein bisschen generell mehr einordnet, die Karibischen, die Cayman Islands, Luxemburg und so weiter. Und viele von diesen Offshore-Finanzzentren benutzen englisches Recht. Und das Interessante ist dann, dass wir jetzt sozusagen eine Geldform haben, die die amerikanische Währung mit dem britischen Recht zusammenbringt, während wir normalerweise ja davon ausgehen, dass der US-Dollar mit amerikanischem Recht verbunden ist und damit auch unter der Jurisdiktion der amerikanischen Regierung ist. Und dieses Offshore-Geld ist es nicht. Das würde auch so für den Euro gelten, wenn der mehr Offshore-geschöpft werden würde. Das wäre auch eine Form, den Euro weiter zu internationalisieren, sollte das ein Ziel der Eurozone sein. Der Euro ist natürlich eingebunden sozusagen in die daraus entstehende, Stefan hatte das, glaube ich, schon mal erwähnt, internationale Hierarchie von unterschiedlichen Währungen. Aber hat jetzt auf den Wert des Euro im Moment keinen direkten Effekt. Also man wird jetzt davon nicht weniger wert oder so. Okay, vielen Dank. Gut, wir hatten jetzt schon an einer oder anderen Stelle immer wieder die Frage nach Gerechtigkeit tatsächlich gehabt. Deswegen, wir haben verstanden, der Status Quo ist, glaube ich, klar. Wir haben darüber gesprochen, wie unser Geldsystem funktioniert. Finanzkrise, warum ist teilweise, was wir daraus gelernt haben aus der Finanzkrise, was auch nicht. Wie wir aber tatsächlich schon positive Beispiele in der Bankregulierung haben, warum jetzt bislang zumindest erstmal alles gut ist und jetzt tatsächlich auf die Frage der Gerechtigkeit oder wie man es vielleicht ein bisschen in die Rechte verteilen kann. Darüber hat nämlich auch die 42er-Folge sich Gedanken gemacht. Da schauen wir nochmal kurz rein. Die globale Wirtschaft hat sich in den 1980er-Jahren grundlegend gewandelt. Unternehmen, das heißt eben auch zum Beispiel Industrieunternehmen, haben anteilig immer mehr Geld durch Investitionen in Finanzanlagen, das heißt zum Beispiel Aktien und Schuldpapiere, und immer weniger Geld durch ihre eigentliche Produktion verdient. Das heißt eben auch, sie waren immer weniger abhängig davon, mehr Leute anzustellen oder höhere Löhne zu zahlen. Und das hat zur Verschärfung der Ungleichheit genauso beigetragen wie zu der Krisenanfälligkeit der globalen Ökonomie. Das geschaffene Geld fließt tendenziell zu den Menschen, die bereits Geld haben und nicht dorthin, wo Menschen für Lohn arbeiten. Die Kluft zwischen Arm und Reich zwischen Angestellten, Arbeitern, Erwerbslosen einerseits und Aktionären und Konzernen andererseits wird größer. Und das liegt auch an der Art der Geldschöpfung. Stefan, ist unser Geldsystem ein bisschen Schuld an der Kluft zwischen Arm und Reich? Ja, ich glaube, es gibt da eine fundamentale Spannung zwischen unserem demokratischen Glauben an Gleichheit und einem Kreditsystem, das notwendigerweise Kredite vergibt an die, die eigentlich keinen Kredit brauchen. Es gibt vielleicht einen breiten Zugang zu Krediten, aber die Bestimmungen und die Konditionen werden besser, je mehr collateral, je mehr Geld ich bereits habe. Das heißt, das notwendigerweise im System drin ist ein Ungleichheitsprinzip. Das sind so die Leute, die bereits große Vermögen haben, Zugang zu enorm guten, billigen Krediten haben. Und das ist ein Spannungsfeld, das einfach politisch navigiert werden muss und das man nicht einfach verdrängen kann. Ich glaube, es gibt dann zwei unterschiedliche Herangehensweisen. Man kann sich also von vornherein als extern kritisch positionieren und kann halt sagen, ich habe eine gewisse Gerechtigkeitsvorstellung, die auf einem Gleichheitsprinzip beruht oder auf einer gewissen Fairness-Vorstellung beruht. Und was ich hier vorfinde, ist einfach ungerecht. Das ist also die externe Kritik. Ich glaube, was noch interessanter ist für unsere Debatte, ist, das in Zusammenhang zu bringen mit der Rolle des Vertrauens im Geldsystem. Wir haben jetzt schon aus unterschiedlichen Perspektiven zum Schluss gekommen, dass das Geldsystem, so wie es zurzeit existiert, auf institutionalisierten Vertrauensprozessen basiert. Und ich glaube, Vertrauen kann nur zum gewissen Grade von diesen Gerechtigkeitsvorstellungen entfernt werden. Irgendwann bricht das Ganze. Wenn also die Mehrzahl der Bürger das Gefühl hat, dass das System nicht mehr in ihrem Interesse ist, dann kollabiert das Vertrauen in das System. Wir sind da noch weit von entfernt, aber ich glaube, man sieht die ersten Zeichen davon, sowohl was das globale System angeht, aber auch was diese wirklich tiefgehenden Verschwörungstheorie angeht. Das sollte man nicht unterschätzen, wie ein großer Teil der Bevölkerung also nicht nur einfach passiv darauf reagiert, sondern wirklich ganz explizit Vorstellungen hat, dass das Geldsystem ihnen entgegenwirkt und dass da irgendwelche finsteren Mächte operieren. Und ich glaube, das ist also ein ganz wichtiger Punkt. Selbst wenn man im Interesse des aktuellen Systems ist, sollte man diese Gerechtigkeitskritiken ernst nehmen, um das Vertrauen wieder zu verstärken. Boris? Ja, also ich kriege die Frage oft gestellt, so Gerechtigkeit und Geldsystem. Und meine erste Antwort ist immer erst mal Nein. Die Politik, was sie macht mit Steuersystemen und so weiter ist viel wichtiger. Die zweite Sache ist aber und so ein bisschen anlehnend an das, was Stefan gesagt hat, also wenn jemand einen Kredit bekommt, Elon Musk, als er Twitter aufgekauft hat, hat er sich einen Kredit dafür genommen. Elon Musk war, ich glaube, er war damals reichster Mensch der Welt, weil Tesla irgendwie einen richtig fetten Aktienkurs hatte und deswegen ist er reich. Weil die Tesla-Aktien so hoch bewertet sind, kriegt er ganz einfach einen Kredit und kann damit Twitter kaufen. In dem Moment, wo er den Kredit bekommt, ist er nicht reicher geworden. Ja, also wer einen Kredit bekommt, ist nicht reicher, denn er hat mehr Geld, muss aber ja die gleiche Summe plus Zins zurückzahlen. Also netto ist man erst mal nicht reicher, man ist flüssiger, aber nicht reicher. Das ist das Erste. Trotzdem ist natürlich richtig, dadurch, dass Elon Musk so einfach Zugang zu mehr flüssigen Mitteln hat, um dann Tesla zu kaufen, sorry, Twitter zu kaufen, heute X, muss man ja mittlerweile dazu sagen, ermöglicht ihm natürlich, mehr Macht aufzubauen, weil wenn dann X oder Twitter durch Profite macht, was sie nicht machen, läuft richtig mies für ihn, aber dadurch kann er sozusagen noch reicher werden und das ist auch ein ganz grundsätzliches Ding, dass wer Aktien hat, wer viel Vermögen hat und die zum Beispiel, wenn die mehr wert werden oder ein Haus, was mehr wert wird, kann das als Sicherheit nehmen, um dann wiederum neue Kredite zu bekommen, neue Häuser zu kaufen, neue Firmen, neue Aktien zu kaufen und das hat natürlich jemand, der wenig Geld hat, gar nicht die Möglichkeit und das ist sozusagen dann, das Geldsystem, beschleunigt quasi die Geschwindigkeit, wie Leute, wie arm und reich auseinanderlaufen können. Also das Geldsystem kann Reiche schnell noch reicher machen und Arme arm lassen, aber das ist diese Kluft zwischen Arm und Reich, das hat auch ganz viel mit Politik, mit Steuersystem, mit Löhnen und so weiter zu tun. Also da würde ich jetzt nicht pauschal nur sagen, oh das Geldsystem und dann sind wir aus der Debatte raus und dann muss Christian Lindner und Olaf Scholz müssen sich keine Gedanken mehr machen, das wäre mir zu einfach. Und da ist vielleicht auch nochmal ein interessanter Punkt, wo man dann die nationalen Unterschiede in den Bankensystemen dann doch auch wieder eine Rolle spielen, weil wir ja vorhin gesagt haben, so eine Zentralbank in unterschiedlichen Ländern, die funktioniert ungefähr gleich und die Geldschöpfung funktioniert ungefähr gleich. Aber zum Beispiel die Institutionen von Sparkassen in Deutschland, die ja jetzt nicht nach dem Profitmotiv gehen und die eben sehr nah, also zumindest in ihrer Ursprungsidee sehr nah an den Gemeinden sind und deswegen eine Kreditentscheidung treffen können, die auch dem kleinen Händler oder dem weniger vermögenden Menschen Zugang zu Kredit und damit der Möglichkeit zu wirtschaften und mehr aus dem zu machen, was er hat, geben. Und das ist natürlich sehr unterschiedlich strukturiert in den unterschiedlichen nationalen Ökonomien, wie so ein Bankensystem ausdifferenziert ist. Und auch, ganz kurz, wo der Staat quasi das Bankensystem, das Existierende ergänzt, um Menschen ohne Geld auch eine Chance zu geben. Beispiel Studienkredite. Wer in Deutschland studieren will, aber die Eltern haben zu wenig Geld und aber trotzdem zu viel, als dass die BAföG bekommen, die können bei der KfW, das ist eine öffentliche Förderbank, einen Studienkredit bekommen und die KfW prüft nicht, ob die Studenten quasi genug Sicherheiten haben, ob die kreditwürdig sind, sondern sie gibt maximal 650 Euro pro Monat, gibt allen Studenten den Kredit, was dann natürlich einem Student ermöglicht, anders als sonst, einen Ausbildungsabschluss zu machen beziehungsweise einen Universitätsabschluss zu machen und dann natürlich selber damit Karriere zu machen. Da gibt es gerade viele Probleme, weil die mittlerweile 9% kosten und variabel verzint sind, aber das ist ja eine Möglichkeit, wie das Geldsystem, Geldschöpfung für Studenten, Studenten eine Möglichkeit gibt zu studieren, die es vorher nicht gehabt hätten. Also erstmal per se ganz gut. Anja, was würdest du sagen, was muss sich ändern, damit vielleicht mehr Leute profitieren können innerhalb unseres Geldsystems? Vielleicht ist die Idee, dass alle profitieren, vielleicht ein bisschen zu hochgegriffen, aber vielleicht mehr. Also das ist richtig, was hier gesagt wurde, dass das bestehende Geldsystem von Vorteil ist für denjenigen, der schon Geld hat. Und da es auf einem Zins basiert, kann derjenige, der schon Geld hat, es leichter vermehren. Das ist Fakt. Bevor das Vertrauen in das Geldsystem erodieren wird, passiert, was aktuell passiert, das Vertrauen in das politische System erodiert. Und ich sehe überhaupt nicht, dass hier ein Geldsystem irgendwie in Frage gestellt werden könnte oder würde im Kern, sondern ich sehe, dass das System politisch erodiert an der Verteilungsfrage, an der Kluft von Arm und Reich. Wir sehen das in Wahlergebnissen für die AfD in Deutschland, wir sehen das in anderen Wahlergebnissen, in Diktatoren ist das nicht so einfach, siehe China zum Beispiel, wo es ein großes Schattenbankensystem gibt, gibt es bei uns überhaupt nicht Schattenbanken, gibt es auch in Amerika so gut wie gar nicht, jedenfalls nicht als systemrelevantes Problem. Und insofern sehe ich viele, viele Stellschrauben, wie wir die Verteilungsfrage klären können, beim Staat, bei Maßnahmen, es ist in Deutschland ganz, ich kann ein paar Beispiele nennen, ich kann es zum Beispiel nicht verstehen, warum es in Deutschland ein Ehegattensplitting gibt, das denjenigen bevorteilt, wenn die Frau wenig verdient und der Mann viel verdient und dann kannst du noch Steuern sparen. Warum? Das führt dazu, dass die Frau am Ende, wenn man sich nicht trennt, in die Altersarmut fällt. Es fängt an, dass 60% der Frauen noch 10 Jahre nach dem ersten Kind zwei Drittel zum Teil weniger verdienen. Das ist nicht nur Gender Pay Gap, das ist Pension Pay Gap am Ende, das heißt, die Rente fällt dann niedrig aus. Wenn wir all die Frauen, die zu Hause sind und nicht mehr in die volle Erwerbstätigkeit zurückkriegen, wenn wir die in die Arbeit kriegen würden und vielleicht auch mal Anreize dazu schaffen würden, dass sich Beschäftigung für diese Frauen lohnt, dann hätten wir einen Großteil der Verteilungsfrage bereits geklärt. Die soziale Kluft fängt an beim Bildungssystem. Wenn Arbeiter, Kinder nur zu 20% studieren und 70% derjenigen, wo schon Akademiker sind, haben wir ein Problem. Etc. Etc. Da fangen Verteilungsfragen an, bis hin zu Erbschaftssteuer. Wir haben eine junge Generation, alles erben, alles diejenigen, die profitieren werden von ihrer Elterngeneration, die nicht vier Tage, sondern fünf oder noch mehr gearbeitet haben die Woche, die Wohlstand aufgebaut haben und all dieses Geld im Rücken wird jetzt vererbt. Es gibt ja krasse Vorschläge vom Club of Rome, der sagt, all diese Erbschaften weg, keiner soll das mehr erben, sondern es soll vergesellschaftet werden und dann hätte die Mehrheit was. Das würde aber heißen, die junge Generation kann darauf nicht mehr bauen, sondern nur aufs eigene Glück. Das ist natürlich auch interessante Thesen und Theorien. Ja doch, aber da würde Verteilung mal anfangen. Ja, man muss irgendwo anfangen. Da kann man mal sagen, ich nehme jetzt mal Verteilung weg, mein Erbe, interessiert mich nicht mehr so, wir geben es der Gesellschaft. Theoretisch, man kann bei Banken vorstellen, bei Bohnen und so weiter, da kann man weitermachen. Maurice, du bist wissenschaftlich damit dabei für Finanzpolitik im Bundestag. Was kann denn die Politik dazu beitragen, dass mehr Leute davon profitieren? Dass die Welt gerechter wird, meinst du? Ja, dass mehr Leute davon in dem Geldsystem, in dem wir uns aktuell befinden, quasi davon profitieren können. Das war zum Teil schon angesprochen. Beispielsweise ist es eine aktuelle Debatte, die es gibt, wie man mit Dispozinsen umgeht. Das sind eher arme Menschen, die am Monatsende nichts mehr im Konto haben, deswegen in Dispozins rutschen und jeder weiß, Dispozins, das haut richtig rein. Ich glaube, das ist bei 15, 16 Prozent mittlerweile. Also da legen die Banken richtig zu und das treibt Leute, die ohnehin schon wenig Geld haben, in die Überschuldung. Und da ist zum Beispiel eine Idee, könnte der Bundestag beschließen, einen Dispo-Deckel einzuführen. Also das, da man sagt, hier liebe Banken, 16 Prozent, das ist viel zu viel. Ihr kommt auch mit 4 Prozent über dem Leitzins, das wäre dann jetzt irgendwie 8,5 Prozent, klar, kann man darüber reden, die Zahl, die ist jetzt egal, aber das wäre zum Beispiel was, da würde man zum Beispiel private Überschuldung im Bankbereich verhindern. Der Staat kann Studenten eben deutlich mehr fördern, wenn er das BAföG ausweitet, was de facto ja auch ein Kredit ist, nur die Hälfte muss man kriegt man ja quasi Erlassen oder Studienkredite, da einen Deckel drauf machen, um den jungen Leuten eine Chance zu geben. Und du hast richtigerweise gesagt, wir haben gerade bei Bildung das Problem, dass aus Akademikerhaushalten, vor allem aus wohlhabenden, weißen, deutschen Akademikerhaushalten, sich eben Bildungsabschlüsse reproduzieren. Wenn Mama, Papa das gemacht haben, macht Sohn und Tochter das auch. Und aus armen Arbeiterfamilien, erst recht aus Arbeiterfamilien, Migrationshintergrund, da eben nicht. Und das liegt zum Teil auch daran, dass die finanziellen Mittel fehlen und da könnte man eben auch mit Förderprogrammen und Kreditprogrammen was machen. Das wären jetzt mal ein paar konkrete Sachen. Wir könnten hier tausend Sachen diskutieren. Steuerung auch. Man kann schon mal überlegen. Riesiger Hebel. Ja, ich kann es nicht verstehen, warum die oberen Einkommensklassen zum Teil sogar steuerliche Vorteile haben und andere gerade das, was früher soziale Marktwirtschaft war und die Mittelschicht überproportional belastet ist. Wir haben seit Jahren keine Steuerreform mehr gesehen. Da muss man nicht gleich das Geldsystem ändern. Da gibt es vielleicht ein paar Maßnahmen noch mehr nach 16 Jahren Tiefschlaf, die man machen könnte. Und jetzt nochmal. Wobei wirklich in Krisenzeiten, politisch in Krisenzeiten, das muss man auch mal zugestehen, auch den amtierenden Regierungen. Ich habe noch eine Frage aus der Community, die geht an dich, Stefan. Was müsste sich denn an unserem Finanzsystem ändern, um unseren planetareren Grenzen einfach irgendwie auch Einhalt zu bieten? Also wir haben irgendwo einen Planeten, den es zu schützen gilt, hoffentlich, sehen das alle so. Und ja, was kann das Finanzsystem da vielleicht auch dazu beitragen? Ich glaube, zwei Sachen werden essentiell sein. Auf der einen Seite werden private Mittel notwendig sein, um diese riesigen Investitionen zur Energiewende bemitteln zu können. Also da gibt es einfach, da muss man einfach innovativ an Finanzinstrumenten, an genau dieser hybriden, öffentlich-privaten Schwelle werkeln, die es schaffen, öffentliche und private Mittel zusammenzubringen, um einfach diese riesige Investitionsherausforderung zu schaffen. Gleichzeitig, und das wird, glaube ich, oft vernachlässigt, heißt es, glaube ich, auch eine intensivere Intervention, wie denn genau Kredite vergeben werden. Was halt genau versucht, diese öffentlich-private Verschränkung ein bisschen zu politisieren, denn es kann einfach nicht funktionieren. Also diese ganze Energiewende wird nicht funktionieren, wenn Banken weiterhin in der Lage sind, enorme Kredite an Unternehmen zu geben, an Länder zu geben, die einfach ihren Profit durch Erdöl zum Beispiel schaffen. Das kann also nicht funktionieren und in dem Moment werden einfach ganz drastischere Mittel der wirklichen Regulation notwendig sein und gleichzeitig, glaube ich, auch dann andere Mittel, die es halt eben schaffen, öffentliche Kredite für grüne Projekte zur Verfügung zu stellen. Also das ist eine sehr unbequeme Debatte zur Kreditschöpfung, die wir bisher vermieden haben. Danke dir. Gerechtigkeit ist ja immer so ein Thema. Manchmal kommt es auch auf die Perspektive an, wer da was als gerecht quasi empfindet. Aber an sich ist es ja ein ehrenswertes Ziel, wenn wir alle ungefähr vom gleichen Gerechtigkeitsbild ausgehen. Andrea, wer müsste denn den ersten Schritt machen? Um das Geldsystem gerechter zu machen? Okay. Also ich wollte erst mal sagen, ich sehe das genauso, dass, wenn man sagt, die Ungleichheit ist eins der Kernprobleme, die wir politisch haben und das teile ich völlig, dann ist das Geldsystem nicht notwendigerweise der erste Hebel, wo man hingeht, weil wir sehr viele andere Hebel haben, die ja jetzt auch benannt worden sind und die sehr wichtig sind. Gleichzeitig ist aber das Geldsystem eigentlich sowas ähnliches wie ein Rechtssystem sozusagen. Also wie so Gesetze, die geben wir uns, um uns, wie Stefan ganz zu Beginn auch mal gesagt hat, als Gesellschaft selbst zu regieren sozusagen in diesem demokratischen System und deswegen können wir schon auch hingucken, wo in dem Geldsystem ist eigentlich der Fehler und wie können wir den vielleicht besser machen, sodass das, was wir tun, legitim bleiben und wir deswegen eben nicht die Infragestellung des politischen Systems haben, weil ja eben genau durch diese enge Verschränkung von Staat und Banken, von denen wir am Anfang gesprochen haben, sich diese Probleme sozusagen dann auch gegenseitig verschränken. Also ist das Geldsystem eine Möglichkeit, aber es ist vielleicht nicht die allererste, zu der man gehen muss. vielleicht ist auch in dieser Frage, was müsste man eigentlich verändern und wo schüttet man vielleicht auch so ein bisschen das Kinde mit dem Bade aus? Ich glaube, das war so ein bisschen Anjas Punkt, zu sagen, so naja, aber das Geldsystem, also erstens ist es sehr komplex und zweitens funktioniert es ja auch in vielen Dingen. Ja und das funktioniert ganz kurz nicht unabhängig, das ist wichtig. Das Geldsystem funktioniert nicht unabhängig von allen anderen Systemen. Ja, das stimmt. Wenn wir das Geldsystem ändern, dann heißt das, da hängen unsere Sozialsysteme dran, unsere Rentensysteme, unsere Gesundheitssysteme. Wenn du das Geldsystem änderst, dann ändern wir die Grundfesten unserer Gesellschaft und dann müssen wir alles umstellen auf neue Systeme. Das ist die Frage, wie das ganz kurz, weil der Punkt ist wichtig, wenn es der letzte ist, den ich hier mache, wie machen wir das praktisch, wie machen wir das international verwoben und welche Konsequenzen hat das? Wie soll man das machen? Wie gesagt, die Sozialsysteme hängen mit am Geldsystem. Natürlich, weil das ist ja das, warum ich das mit einem Rechtssystem verglichen habe, auch das durchzieht alles, was wir tun. Was ist die Antwort auf die Frage? Weil es ein Governance-System ist die Antwort auf die Frage, wie machen wir das, wenn wir das wollen? Die Frage, wie wir das machen, ist eine von dem, was wir davon wollen. Wir haben das System an, wir machen ein Tilt. Was machen wir? Wie setzen wir das um? Dieses System lebt doch. Es ist ja kein festes... Nein, es lebt nicht. Es ist virtuell verwoben und die Frage ist, wie macht man eine Systemumstellung? Ja, aber es entwickelt sich doch. Es ist doch heute was ganz anderes, als es in den 90er Jahren war, als es in den 70er Jahren war. Das ist aber nicht die Antwort auf die Frage. Und deswegen ist es... Nein, natürlich. Die Frage ist, haben sich Wissenschaftler damit beschäftigt, wie wir das machen? Wie gesagt, 2008, 2009 wäre der Punkt gewesen, weil da war Tilt, da war Stillstand, da hatten Banken keine... Doch, eigentlich schon, Maurice. Auch da war kein Stillstand. Ja, aber da hättest du es machen können. Da hättest du das System anhalten können. Und teilweise war es ja schon, Liquidität war nicht mehr vorhanden und so weiter und so weiter. Es kam quasi zum Stillstand. Quasi zum Stillstand. Und dann hätte man es machen können. Das heißt, wie machst du das denn jetzt? Aber es ist ja zum Stillstand gekommen in dem Interbankensystem und nicht in den Banken. Am Geldautomaten haben die Leute ihr Geld noch bekommen. Punkt, der Stefan kurz in die Runde rein. Die Wissenschaft hat keine Antwort auf diese Frage. Das ist das Problem. Wie könnten wir es machen, quasi, dass das Geldsystem ein bisschen gerechter wird und vielleicht sogar ein, wie es einer gesagt hat, da was ummünzen? Die Frage. Ich verstehe durchaus die Skepsis, ob sich Zentralbanken wirklich neu orientieren werden und ob da wirklich viel Veränderung, sowohl auf der globalen als auch auf der institutionellen Ebene, was die Zentralbanken angeht, sich bewegen wird. Aber ich glaube, es gibt dennoch unheimlich großes Potenzial, das Geldsystem zu verändern, indem man einfach viel mehr über, wir können es vielleicht Kreditpolitik nennen, also diese Politik, die halt zwischen diesen sehr bekannten Verteilungsfragen und Steuersystem und auf der anderen Seite wirklich so der engen Geldpolitik, wo es vielleicht wirklich sehr enge Grenzen gibt, wie man da ein einzelner Staat was verändern kann, weil das Ganze so international verwoben ist. Aber dazwischen gibt es einen riesen Spielraum, wie zum Beispiel die öffentliche Kreditschaffung gestaltet wird, ob es zum Beispiel Sparkassen gibt, die nicht nach einem reinen Profitsystem Kredite vergeben. Und ich glaube, das ist wirklich da der Teil, der für die Energiewende wichtig wird, aber auch für gesellschaftliche Umverteilungsfragen viel mehr Potenzial hat, als wir das normalerweise erkennen. Es gibt eine Entwicklung, die hätte das Potenzial, ein neues Geldsystem darzustellen. Ja, vielleicht habe ich ein Stichwort für dich. Das ist der Bitcoin. Nee, nicht der Bitcoin. Es ist nicht der Bitcoin. noch mit dir gesprochen. Der Bitcoin ist nur eine virtuelle Währung. Das Geldsystem neu aufstellen könnte, ein digitaler Euro. Die Frage ist, wie wir da ausschauen, wenn man es als Zentralbankkonto macht, wo man die Geschäftsbanken rausnimmt, dann hätte es das Potenzial eines neuen Geldsystems. Ich denke nicht, dass die EZB das tatsächlich durchexerzieren wird, weil dann würde sie die bisherigen Finanzinstitutionen, die bisherige Finanzlobby, die Interessen, die Einflüsse rausnehmen, dann ist die Frage, was passiert mit denen dann eigentlich und mit allen Jobs, die da dranhängen und mit der Wertschöpfung, die da dranhängt und so weiter. Aber der digitale Euro, man könnte ihn als eine Art Aktivgeld aufstellen, man könnte ihn als Zentralbankkonto machen und man könnte Schuldenschnitte machen mit einem digitalen Euro, wenn die Schulden auch von Staaten zu hoch werden und so weiter. Das alles liegt da drin. Da muss ich dir die Frage stellen, wie soll das funktionieren? Sollen dann die Sparkassen dicht gemacht werden und die EZB neue Geschäftseinheiten, wo dann Kredite vergeben werden? Das ist ja wirklich diskutiert. Doch, es wird diskutiert. Nein, das traut sich die EZB gar nicht. Ich habe heute Bofinger Papier dazu gelesen, es wird diskutiert. Bofinger sagt, es wird diskutiert, aber es wird nichts bringen. Ja, weil die Finanzlobby natürlich alles tut, damit es auf keinen Fall passiert, ist doch klar. Wenn ein Zentralbankkonto diskutiert wird, dann immer schon mit der Prämisse, dass wir alle dann maximal 3.000 Euro darauf haben können, damit nicht die Gelder von den privaten Geschäftsbanken abgehoben werden. Entschuldigung, da muss ich dich jetzt korrigieren, Morris. Ich habe jetzt 20 G7-Sitzungen dazu gemacht und ich sage dir, es wird diskutiert und die Art und Weise, wie der digitale Euro ausgestaltet werden, ist offen. Ich bin bei dir, Morris, ich bin bei dir. es besteht eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit, dass die Finanzindustrie entmachtet wird und ein neues Geldsystem sein wird. Da sind wir uns einig. Ich habe jetzt noch ein anderes Stichwort für dich. Es würde dich freuen, dass wir noch ein Thema aufmachen, aber in sehr vielen Kommentaren ging es heute eben natürlich auch um Kryptowährung und wenn man über Geld spricht, muss man natürlich auch darüber sprechen und was sagst du, könnte das vielleicht eine gerechtere Art und Weise sein, wie wir Geld in Zukunft quasi nur noch aufstellen? Der Bitcoin als gerechtes Ding? Ja, oder Kryptowährung im Allgemeinen. Ja, also sagen wir mal so, in Kryptowährung wird ja viel Geld gewaschen, findet viel Cyberkriminalität statt. Die Ukraine hat im Moment einen Cyberwar, der über Bitcoin zum Teil läuft. Unternehmen werden erpresst über Bitcoins. Insofern, ist das gerechter? Nö, das ist nicht gerechter. Was, die Verfasstheit des Bitcoins ist natürlich anders aufgestellt als eine Art Zeichengeld virtuell mit einer nachvollziehbaren Kette. Ja, das ist natürlich anders konstruiert. Da besteht ein Ansatz, aber im Bitcoin selber, für mich ist es nur eine virtuelle Währung mit einem absehbaren Ende und mit unfassbar viel Spekulation. Was ist denn daran gerechter? Der eine verliert, der andere gewinnt, wie beim einabigen Bad Dieten. Ist das gerechter? Wenn man es ganz ernst nimmt, mit der Definition von Geld, muss man sogar zu der Schlussfolgerung kommen, dass Bitcoin nicht mal Geld ist, sondern eher digitales Gold. Statt es aus einer Mine zu buddeln, machen wir das mit einem komplizierten Rechenrätsel, aber Bitcoin wäre eine Katastrophe für uns, wenn wir jetzt in Euro aufgeben, Bitcoin einführen, dann könnten wir uns Kriege nicht leisten, aber auch nicht den Krieg gegen den Klimawandel, die Bekämpfung. Während der Pandemie hätten wir uns alles nicht leisten können, weil das Geld ja dann knapp ist. Das ist der entscheidende Nachteil. Wenn das Geld knapp ist und der Staat oder wer anders braucht gerade viel Geld, um Erneuerbare aufzuziehen, um Impfstoffe rauszubringen. Gut, es ist die Frage, womit dann gezahlt wird, aber ja. Ja, nein, nein, es ist nicht die Frage, womit gezahlt wird, dann braucht auf einmal der Staat Bitcoin oder wollen sich Unternehmen Bitcoin leihen, um eben ihre Forschung zu finanzieren oder eben Subventionen zum Beispiel für den Ausbau der Erneuerbaren und dann gibt es das aber nicht und dann geht der Preis durch die Decke, der Zins durch die Decke und dann spielt die ganze Wirtschaft ab. Also knappes Geld zu haben, der Kern von Bitcoin ist, ist das Idiotischste, was man sagt. Das ist ja auch der Grund, warum wir bei der Industrialisierung quasi gesagt haben, schnell verfügbares Geld, um möglichst schöne, viele Investitionen tätigen zu können. Also da waren wir ja schon mal an dieser Stelle. Wir schießen manchmal über das gute Ziel hinaus, aber man sollte nicht, und da ist dein Satz genau richtig, das geht mit dem Badeausschiefer. Und jetzt ist es ein sehr spannendes Thema, tatsächlich, und auch ein sehr komplexes Thema und ich glaube, wir können tatsächlich über ganz verschiedene Punkte noch so viel erzählen. Wir kommen aber tatsächlich langsam zu Ende, deswegen eine Abschlussfrage nochmal an alle in dieser Runde. Wenn wir jetzt über Gerechtigkeit und unser Geldsystem gesprochen haben, wird sich was ändern in der Zukunft? In kurz vielleicht formuliert. Einmal die Runde durch, Andrea. Ja, also ich habe das ja vorhin schon gesagt und in Stefans Buch kann man das auch ganz wundervoll nachvollziehen, dass wenn man das Geldsystem in der historischen Perspektive sieht, dass es sich immer am Entwickeln ist und die Dinge, die jetzt passieren, natürlich in erster Linie die Frage vom Klimawandel, auch wie wir die Inflation, mit welchen politischen Mitteln wir die Inflation angehen, wie wir die Banken regulieren, was die Zukunft des Schatten Bankensystems ist, ob das auch reguliert wird, all diese Fragen, auf all diese Fragen finden wir politisch inkrementelle Antworten und damit verändert sich das System und ich denke, die Frage nach einer digitalen Form, die jetzt dann erstmal nur ein anderes Medium unter Umständen ist, aber vielleicht auch eben mit der Möglichkeit, Geld direkt bei der Zentralbank zu halten, jetzt mal unabhängig davon, wie viel es ist, all das sind Veränderungen, die kommen. Super. Maurice, ein bisschen kürzer, wenn es geht, nicht zu ungut. Sorry. Not macht erfinderisch und wir sehen immer, dass wenn Krise ist, dann wird reguliert, dann wird aber auch zum Beispiel die Zentralbank erfinderisch und kauft dann plötzlich doch ganz viele griechische Staatsanleihen, damit auch Griechenland sich gegen eine Corona-Pandemie wenden kann. Die USA macht das gerade, als die Silicon Valley Bank pleite gegangen ist, hat sie da ein großes Programm aufgelegt und ich würde mal flapsig sagen, was die Zentralbank dann immer in Krisen macht, nach dem Motto Not macht erfinderisch, sollte sie eigentlich schon vor der Krise machen und dauerhaft implementieren, da sind viele kluge Sachen dabei, beim Thema Bankenregulieren, Regulierung bin ich ein bisschen skeptischer, da wird man immer noch lange Leine lassen und vermutlich irgendwann ist die Leine wieder zu lang, sodass wir neue Krisen bekommen. Anja, um durchzugehen, Männlein, Weiblein. Ich glaube, man muss sich von der romantischen Vorstellung trennen, dass ein neues Geldsystem automatisch Gerechtigkeit bringt, ich sehe wenig Chancen, dass ein neues Geldsystem in absehbare Zukunft, dass wir das sehen werden, weil die Fragen unserer Zeit und die Krisen unserer Zeit sind jetzt ganz andere und die sind hochpolitisch, die erfordern eine klare Haltung, da gibt es nicht mehr sowohl als auch, da gibt es nur entweder oder. Okay, Stefan, wird sich in unserem Geldsystem was ändern? Ich glaube, es hängt von uns ab. Das ist keine Frage, die einfach extern entschieden wird, sondern die wirklich von unseren politischen Entscheidungen und von unserem politischen System ausgeht. Es gibt einen guten Satz von Walter Badgett, der im 19. Jahrhundert parallel zu Marx zu Zentralbanken geschrieben hat. Er hat gesagt, Geld muss regiert werden. Es gibt also immer irgendjemanden, der politisch darauf Einfluss ausnehmen wird. Und es macht einfach einen Unterschied, welche Ideen dahinter stecken. Und in dem Sinne, wir haben da nicht kompletten Handlungsspielraum, es gibt aber ganz viele Einschränkungen, ganz viele systemische Grenzen. Und dennoch, letztendlich gibt es da Raum für Politik. Und da hängt es von uns ab. Super, vielen Dank. Wir sind am Ende. Das war der Art des Falunen tatsächlich. Und hier auch live bei YouTube. Und ich bedanke mich sehr bei unseren wundervollen, kompetenten Gästen. Ich bedanke mich auch bei unserem Publikum und natürlich auch bei euch da draußen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was hat euch denn am meisten überrascht? Was war vielleicht neu für euch? Und danke, dass ihr dabei wart. Und den nächsten Artistsaloon gibt es am 7. November. Dann reden wir über Roboter, die von künstlicher Intelligenz gesteuert werden. Und wer weiß, vielleicht haben wir ja auch einen davon hier bei uns im Saloon. Mein Name ist Simon. Vielen Dank. Ciao, ciao. Applaus 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 Vielen Dank.